Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Le Mans-Rennen in iRacing 2020. Ja, ein wenig Verspätung haben wir, da iRacing's Server erstmal nicht wollte. Und nun sind wir finally auf dem Server, mit einer Stunde Verspätung quasi. Aber, nichtsdestotrotz, Hauptsache, das Rennen geht 24 Stunden, auch vor allem für uns. Das wäre das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das ist ein bisschen laut, warte mal. Ach, die Master-Lautstärke gerade mal ein bisschen leiser. Alright. So, ich glaube, es funktioniert jetzt deutlich besser. Ja, ähm, und wir sind mit niemand Geringerem unterwegs, als zum einen mit René Rast, seines Zeichens zweimaliger DTM-Champion. Und 2020 sowohl DTM-Fahrer, als auch Formel E-Pilot, wie vor kurzem bekannt gegeben wurde. Da nochmal natürlich Gratulationen. Und zum anderen sind wir unterwegs mit Calvin van der Linde. Ähm, der wird ein wenig später zu uns stoßen. Und dem ist auch unsere heutige Livery gewidmet, die jetzt noch nicht korrekt geladen ist. Calvin wird nämlich zum heutigen Tage 24. Da schau mal Calvin, schöne Grüße, falls du hier gerade zuschaust. Der ist wahrscheinlich noch unterwegs. Und, äh, ja, extra dafür haben wir einen Geburtstagskuchen-Skin vorbereitet, der jetzt gleich noch nicht fertig geladen wird. Und, ähm, darüber hinaus haben wir F1-E-Sports-Fahrer für Red Bull. Marcel Kiefer. Krasser Typ, krasser Pilot. Und, ähm, außerdem, I'm Stingray. Auf Twitch wird man ihn, denke ich, mal kennen. Und Speedbooster, mit dem wir hin und wieder mal ein bisschen gequatscht haben. Ihr werdet ihn wahrscheinlich am ehesten von dem Clip kennen bei Bush, wo er sagt, Bye, have a great time. Und wo ich meinte, er sieht halt aus wie Charles Leclerc. Und, ähm, ja, die Skins werden immer noch nicht ganz korrekt geladen. Das ist aber noch mal Practice. Im Quali können wir uns das wahrscheinlich genauer anschauen. Ich werde, denke ich mal, das gesamte Rennen begleiten. Wir sind insgesamt sechs Piloten. Man merkt, das ist schon relativ viel. Das heißt, wir haben auch tendenziell, ähm, wenige Stints. Ich werde vier Stints fahren, 8,5 Minuten. Und, ähm, ja, wir sind mit, äh, nicht nur mit GTEs dabei, sondern auch mit LMP1ern und LMP2ern. Und das freut mich auch sehr. Kelvin hat das Design schon gesehen. Ja, ich, äh, hatte das heute auf Social Media Post mal gemacht. Ich hätte gehofft, dass er es deutlich sieht. Aber, ja, ey, ähm, bin aufgeregt. Ich werde zum einen vier Stunden ungefähr fahren. Zum anderen werde ich aber versuchen, möglichst viel als Spotter da zu sein. Wir werden auch einen weiteren Discord-Raum haben, wo wir ein bisschen miteinander quatschen. So ein bisschen wie Komm ins Café quasi nach dem Motto. Aber wir werden vor allem halt, ähm, denke ich mal, das Renngeschehen begleiten. Ich werde diese Position oft einnehmen. Ich werde ein bisschen das Feed-to-View erweitern und dann den Leuten durchgeben, sobald sie dann jemanden hinter sich haben. Weil es geht natürlich den 24-Stunden-Rennen ganz, ganz, ganz besonders darum, das Auto heile ans Ziel zu bringen. Es ist nicht wichtig, ob du mal in der LMP ein bisschen später gekommen wärst, mal liften musst in der Anbremszone und ein bisschen ihn vorbeilässt. Es ist nicht wichtig, ob du mal, keine Ahnung, zwei Minuten oder so hinter einem anderen Auto hängst und nicht überholen kannst. Der LMP 2, so möchte man nämlich dann nicht entziehen, wie er, nämlich, ähm, an der Mauer. Wird die Nacht durch kommentiert? Ja. Vielleicht lege ich mich zwei, drei Stündchen schlafen oder so, aber eigentlich ist mein Plan, dass ich hier die gesamte Nacht auch wach bleibe. Deswegen habe ich mir auch die Stints frühlegen lassen. Vielen Dank da auch nochmal an Renés Mods, ähm, die da auch ganze Arbeit leisten, organisatorisch, aber natürlich auch an, äh, meine Mods. Ja, Bumble und vor allem auch Nicen, in diesem Fall muss man mal krass hervorheben. Der hat uns beim Setup drastisch geholfen und, ähm, der hat den Skin gebastelt für Calvin, den wir noch nicht sehen. Den können wir mal, den können wir mal kurz einblenden, warte mal. Dann nehmen wir mal, nehmen wir mal das Wartebild mit rein. Dann haben wir mal kurz den Chat. Hallo, ihr seid im Fernsehen-Chat. Und dann sehen wir, wir haben die Schokotorte mit Glasur ein wenig drauf, mit den Streusel oben drauf und 24 Kerzen an den Seiten. Das ist mega geil. Also, Respekt nochmal Nicen für diesen geilen Skin. Ja, und René übt jetzt gerade. Wir haben im Moment den Practice-Server. Danach kommt das Qualifying. 25 Minuten haben wir Zeit. Man kann vier Runden fahren, wobei, wenn du zwei Runden zu Ende fährst, dann hast du die dritte ja angebrochen. Das heißt, im zweiten Versuch hättest du dann nur noch die vierte Runde. Das ist ein bisschen komisch alles gemacht, aber, ja, im Prinzip, ähm, wir werden das, denke ich mal, alles gut hinbekommen. Unser Team heißt Einmal mit Profis. Haha. Ähm. Was auch bei, ähm, René und Calvin ja so ein bisschen, äh, ja, ein Insider ist. Und, äh, wir haben, wie ihr seht, verschiedene Fahrzeugklassen. Also, das finde ich auch krass, dass wir tatsächlich mit LMPs und so teilweise geratet sind. Ah, nee, das ist nur nach Startnummer sortiert. Sorry. Ähm, aber wir sehen, wir haben insgesamt, boah, knapp über zehn LMPs. LMP-1er. Wir haben sogar ein bisschen mehr LMP-1 als LMP-2, wenn ich es richtig sehe. Und ein paar GTEs mehr. Wir fahren natürlich nur gegen die GTE-Klasse. Das heißt, wenn die Frage aufkommt, die wird sehr oft aufkommen. Daniel Alves ist im selben Split. Nein. Geil, Alter. Mega gut. Yo, ey, ich freue mich schon, wenn wir uns auf der Strecke begegnen. Wenn wir fahren, dann werden wir nicht gegen die LMPs konkurrieren, weil das sind verschiedene Fahrzeugklassen. Wir probieren natürlich bei den GTEs zu gewinnen. Diese Fahrzeugklasse und vor allem... Diese Fahrzeugklasse, die sind halt deutlich schneller. Aber wir haben einen GTE, der ist auch sehr, sehr flott unterwegs. Sehr, sehr schickes Teil. Und ich soll gucken, ob Trading Paints abgestürzt ist. Nicen, wo kann ich das gerade mal nachempfinden? Kann ich da einfach bei mir schauen, ob Trading Paints down ist. Jo, dir auch viel Erfolg, Daniel Alves. Also bei mir läuft's, aber ich kann es ja mal neu starten. Dann sehen wir auf jeden Fall auch direkt mal den Skin. Ja, ähm... Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Spiel kurz abgestürzt ist. Oder dass der Server erst später kam. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich glaube 3300 Teams sich angemeldet hatten. Oder zumindest 3300 Anmeldungen waren verfügbar. Oder Fahrer eingeschrieben da. Das war auf jeden Fall krass. Denzu hat einen Crash gehabt und will jetzt hier anmelden. Das ist gut. Dann fährt er bei uns. Nee, Moment, da müsste er schon angemeldet sein. Boom, Markus. Oh Gott. Ja gut. Natürlich auch allen anderen viel Erfolg. Das übertragen natürlich jetzt einige Leute. Bei uns wird's aber, denke ich mal, sehr, sehr lustig werden. Insofern sollte man das auf jeden Fall mitverfolgen, denke ich mal. So, ich werde jetzt auch mal mich gleich mal entmuten und dann hören wir auch die anderen Jungs. Aloha, ihr Lieben. Moin. Ja, ich bin jetzt wieder entmutet. Ja, und da können wir nochmal euch kurz durchgehen. Marcel Kiefer, wie gesagt, F1-E-Sports-Fahrer für Red Bull. Ähm, Speedy. Charles Leclerc. Charles Leclerc, wenn ich bitten darf. Und Stingray ist gerade noch gemutet. Jo, wie freut ihr euch aufs Rennen? Wie gespannt seid ihr? Wie aufgeregt? Äh... Jo, also ich hab schon die Inkontinenzwindel an, weil ich pippe mir gleich in die Hose. Also Bock ist da. Ich versuche nur gerade meinen Caps zum Funktionieren bekommen, ohne dass ich ingame lags habe. Ich hab wirklich gerade eben meinen Caps komplett ausgeschaltet, Dave. Und hab das Spiel wieder im Fullscreen. Und es läuft perfekt. Es läuft wirklich super flüssig. Wenn ich das aber mach, während ich stream, ähm, in diesem Window-Mode, was aber trotzdem ohne Borders ist, dann hab ich irgendwie komischerweise lags. Du brauchst, äh, 145 Hertz-Monitor als 2-Monitor. Hast du? Ja. Als 2-Monitor, ja. Ja, genau. Das Windows-Com, wie gesagt, mit Klaventsunterschied. Also da bräuchte ich wirklich zu Not einen Spotter, der meine Sachen mir immer sagt. Jo, jo, ich schau mal. Ich guck mal, bei René dürfte das jetzt ja ganz gut hoffentlich funktionieren, wenn ich das spotte. Das, was René gerade, by the way, hatte, das ist vollkommen in Ordnung, wenn das im Rennen passiert. Solange das Auto heile bleibt, sind wir einfach happy. Weil das ist in iRacing das Gefährliche. Wenn du da einmal Schaden am Auto hast, dann kriegst du den nicht so leicht repariert. Es ist ja nur prägt. Ja. Boah, Alter. Ey, also, äh, ich hab auch gerade gelesen, gibt's in eurem Split Leute, die bekannt sind, die mitfahren. Dann, äh, ja, René Rast und Calvin van der Linde. Ihr heißt echt, einmal mit Profis feier ich, ja. Das ist super. Ja, wir können auch mal gleich kurz einen Streckenguide hier machen. Sollen wir die Strecke anschauen. Tipp, gibt so ein oder zwei Gefangenen. Ja, es gibt einen Fahrergeraden. Ja, das klappt nicht. Scheiße. Kann ich vergessen. Ich find's heftig, dass wir auch LMP-Sim-Split haben, die halt ähnlich viel Rating haben, ne? Das heißt, es ist wirklich relativ ausgleichen. Wir haben wirklich ja komplett LMP-1 und LMP-2 noch abgegriffen. Ja, und wir haben, ich seh grad sogar einen LMP-1-Fahrer mit 3400 I-Rating. Wart mal, ist das nicht Bullet? Der Martin? Gucken. Ja. Ich schau grad mal. Hier, wie heißt der? Bullet Gaming TV, ich glaub. Ja. Okay, versuch ich's trotzdem mal. Ja, das ist er. Insane Racing Crew. Jo, krass. Ein kleiner Racing-Streamer, der LMP fährt. Ja, krass, krass. Ja, zur Erklärung. Natürlich ist LMP halt fordernder. Wir hatten jetzt eine relativ kurze Vorbereitungszeit, deswegen haben wir da eher uns auf andere Autos versteift. Auf dem Porsche. Und, äh, ja. Das ist deswegen auch ein bisschen überraschend. Wir haben zwar ein bisschen mehr GTEs. Wahrscheinlich ist es bei den höheren Splits auch so, dass da mehr GTEs dabei sind als andere Autos. Aber, nichtsdestotrotz, ähm, es ist halt überraschend, dass wir halt so viele LMPs auch haben drin. Ich find's cool. Oh, der hat einen Toyota GT1-Skin gehabt. Schauen, ob der Skin noch lädt. Come on. Ja, spätestens zum Qualifying soll das gehen, oder? Duki! Schnecke! Dir auch viel Erfolg, Mann. Viel Glück. Kommt gut durch. Das Wichtigste, nirgends einplanken, aber das kriegt ihr hin. Und starte bitte deine Lenkräder neu, bevor du ins Auto steigst. Und, moin, moin, auch Ava. Ja, ich hab mich immer kurz jetzt nochmal gemutet. Ich möchte natürlich die Jungs nicht die ganze Zeit unterbrechen. Ähm, wir fahren mal gleich bei einer richtigen Runde mit bei René und schauen da mal uns die wichtigsten Spots an. Ich kann auf jeden Fall sagen, das ist so eine der mitkritischsten Kurven. Das ist Indy. Aber in der kann man... Unser Skin ist geladen! Unser Skin ist geladen! Sorry! Ach, Gottchen! Ach, Gottchen, ey! Ach, Gottchen! Der Skin ist geladen! Isn't she lovely? Oh, es ist so schön! Es ist so unglaublich schön! Ja, ey, Nicene hat das wunderschön hinbekommen! Mega geil! Ich hab braun und pink noch nie in Kombination zueinander so schön gefunden. Okay, ich brauch wahrscheinlich noch einen Tipp von Nicene, ob ich nämlich die Kamera jetzt einfach straight zurücksetzen kann. Ansonsten... Cockpit-Cam! Und wir fahren mal eine Runde mit bei René. Sind's 24 Kerzen? Ja, sehr detailverliebt an die Sache rangegangen. Also, ihr Lieben. So. Rechts kann man relativ hart sogar hier über den Curb. Ein bisschen aufs Rot geht's auch. Hier haben wir die Startzielgerade, die mit die kürzeste gerade ist. Und René beendet die Runde. Und ist auf 1 in Sachen GTEs in diesem Split. Was ist der für eine Zeit gefahren? Eine 52-4. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also 52-4. Ich weiß nicht, ob das Qualifuel war oder ob es schon Rennfuel war. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt geht er wahrscheinlich aus der Box nochmal in eine weitere Runde. Da gucken wir auch nochmal gleich zu. An was lehnt dieser Skin an? Es soll lediglich ein Kuchen sein. Weil, kurz für die Leute, die jetzt nachträglich dazukommen. Äh, Calvin van der Linde hat heute Geburtstag. Wird heute 24 Jahre alt. Daher auch die Startnummer. Und, ähm, ja. Deswegen haben wir uns gedacht. Ah, okay. Practice ist vorbei. Dann schauen wir gleich mal im Qualifying zu. Qualifying schwährt jeder komplett für sich. Das bedeutet, die Fahrer, ähm, sind alle auf ihrem eigenen, auf ihrer eigenen Strecke, sag ich mal. Du kannst dir nicht im Weg stehen. Du kannst auch keinen Windschatten geben. Jo. Auf geht's, ihr Lieben. Ich bin aufgeregt. Äh, was fahre ich im Vergleich zu Rene? Wir fahren alle relativ ähnliche Zeiten. Also, wir sind alle so grob, je nach Streckenbedingung. Die haben sich auch sehr viel geändert in den letzten Tagen und Wochen. Jetzt sind wir wohl so bei drei 51er-Zeiten bis drei 54, 55er-Zeiten. Äh, es war allerdings die letzten ein, zwei Tage jetzt, äh, beziehungsweise in dem Rennen wird's kälter sein als in den letzten drei, vier Tagen. So. Erste Runde. Kalte Reifen zwar noch, aber hier. Man geht ganz außen hin. Geht schon hier leicht vom Gas, damit das Auto nicht ausbricht. Dann hier links kannst du bis zum Kies cutten, gehst rechts über den Curb, kommst weit raus. Da kannst du an die beiden, äh, Pylonen außen noch rangehen. Das Ganze hier geht voll Gas. Und da muss man vorsichtig sein, weil hier kann das Auto sehr unruhig werden. Auch mit kalten Reifen schon einen leichten Rechtsknick da. Von hier schön an den Curb rangekommen. Ich glaube, da hat er aber kurz nochmal geliftet. Hier Tetre Rouge. Guter Exit hier ist wichtig. Schnelle Kurve. Du darfst da mit den Reifen nicht neben dem Curb sein, wenn du aus der Curve rausfährst. Also du musst mit den Reifen quasi am Curb dran sein. Oder innerhalb des Curbs noch gerade so. Hat er alles gut gemacht. Und dann holst du natürlich viel Schwung mit auf diese lange Gerade. Kurz vor dem 100-Meter-Schild, da ist die orange eine Einbuchtung auf der linken Seite. Ungefähr da kannst du dann auf die Bremse steigen. Da sehen wir es. Und dann Rechts-Curb, Links-Curb. Und dann schön wieder raus hier. Ich werde jetzt René nicht sagen, er soll das Bild wechseln. Nicht falsch verstehen, er fährt gerade das Quali. Da möchte ich ihm das nicht sagen. Das können wir gerne nach dem ersten Quali-Run mal kurz machen. Aber sonst vollkommene Konzentration jetzt erstmal bei René. So, hier ähnliches Spiel. Kurz vor dem 100-Meter-Schild. Auf die Bremse. Auch wieder eine weitere Schikane. Und ich kann schon mal kurz was zu dem Benzin sagen. Wir haben 99 Liter im Tank des Porsches. Wir verbrauchen pro Runde, also ich sag mal, wenn ich vollfahre, rund 7 Liter. Weil ich eh so ein bisschen mir das Nifton Coast hier und da angewöhne. Weil das halt teilweise schon gut Zeit bringt. Und weil ich damit nicht langsamer werde irgendwie. Warum auch immer. Und wenn wir, jetzt kann man rechnen. 99 durch 7. Wenn ich mit 7 Litern durchkomme, dann kann ich hier auch sehr gut. Da übrigens ungefähr beim Knick schon anbremsen. Oder kurz vorher. Wenn wir mit 99 Litern Fuel fahren, dann kann man 14 Runden fahren, wenn man 7 Liter verbraucht. Wenn man allerdings allgemein vollfährt, dann verbraucht man hier eher 7,2 Liter. Da muss man ein bisschen sparen. Und dann hat man 14 Runden, die man fahren kann, wenn man ein bisschen spart. Wenn man nicht spart, 13 Runden. Kann am Ende einen Unterschied machen. So, jetzt hier. Schwierige Kurve vom Gas gehen. Da vielleicht nochmal leicht aufs Gas gehen in diesem Rechtsknick. Weil das das Heck ein bisschen stabilisiert. Da ist er schön rumgekommen. Jetzt rein in Arnage. Schön auch rechts über den Körb. Links weit rausgekommen. An den Reifenstapel ran. Und jetzt geht es in die Porsche-Kurven. Und die Porsche-Kurven, das war so ein bisschen der Knackpunkt, warum wir zum Beispiel nicht den Ferrari genommen haben. Weil der Ferrari in den Porsche-Kurven durchaus etwas unruhig lag. Da fährt man links an den Teppich ran. Ihr werdet gleich sehen, dieser grüne Teppich. So, jetzt rechts ganz wichtig der Apex. Sonst lässt es sich super weit raustragen. Bleibst schön mittig. Gehst in die Linkskurve. Bleibst da schön weit innen. Natürlich erst dann in der Mitte raustragen lassen. Wieder rein. Und jetzt hier durchgehend innen bleiben. Weil jetzt kommt eine Linkskurve. Da leicht über den Körb. Und hier musst du wieder mit dem linken Reifen quasi noch auf dem Körb sein, wenn du da rausgeschleunigst. Jetzt haben wir die zwei letzten Schikanen. Da kann man halt immer ein bisschen cutten. Kurz bevor sich das hier aufsplittet. Auf die Bremse steigen. Linkskut. Rechtskut. Und hier noch ein bisschen die Linkskurve noch nicht ganz. Aber vor allem ein bisschen die Rechtskurve cutten. Raus bis ans Kies. Und das ist eine 3 Minuten 52,1. Und damit sind wir auf der provisorischen Pole Position. So, die zweite Runde beginnt René dann direkt mit frischen Reifen. Das ist dann sehr, sehr cool. So, und hier springen mal, finde ich, in die... Oder ich lasse es mal so durchlaufen. Da könnt ihr mal auch gucken, wo er vielleicht ein paar Hundertstel rausholt, wo er ein paar Hundertstel verliert. Ich glaube, das ist fürs Qualifying interessant. Und im Rennen werden wir dann fürs Spotten dann auf die Rear-Chase-Cam gehen, wo wir alles hinten sehen. Und wenn ich sehe, okay, da kommt kein Auto von hinten und um uns herum ist nichts, dann werden wir da, denke ich, auch mal auf die TV-Kamera wechseln können. So, Alter, an der Stelle, was passiert hier gerade bei den Subs? Oh Gott, ich habe viel verpasst. Ja, und wir haben Hype-Train direkt mal. So, äh, an der Stelle, ich bedanke mich einfach mal ganz schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. An Artegian für den Prime-Sub, Nano-LP-Lucas für den Prime-Sub in den zweiten Monat rein. Ich lese heute mal keine weiteren Messages fort, die stehen aber trotzdem unten. Ähm, an Skywalker-COD für den Re-Sub in den dritten Monat. Warrior-Wuschel für den Sub, ich sage jetzt aber einfach nur noch Sub. An Technik-Logger für den Sub, an Tox-Race ebenfalls für den Sub, an F1-Live-News für die 100-Bits. Buddy für den Sub, dann Mitchell, alter, alter, hat hier fünf Subs gegiftet. Vielen, vielen Dank, Anuta Plakent, vielen, vielen Dank auch dir für den Sub. Auch This is Justin, merci für den Sub. Dr. Kaiser, Adi, jetzt kommt Tobi, der hat fünf Subs gegiftet. Vielen, vielen Dank, Tobi. Stiff subbt hier ebenfalls rein und Sange, Sange, subbt ebenfalls rein. Vielen Dank. I'm Alert stehen die Nachrichten nicht dabei. Okay, dann gucken wir uns die Nachrichten später nochmal durch. Das gucken wir uns später an. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank schon mal, Leute. Zweite Runde ist jetzt hier ein bisschen schneller als die erste. Und ich springe jetzt nochmal zurück zu den Jungs. Weil wir quatschen ja jetzt noch ein bisschen. Wir werden erst zum Rennstart, dann zu Rene gehen, spotten. Aber davor quatschen wir mit den Jungs und genießen die Show. Gut, bei mir auch. Ich habe gestern Nacht fünf Stunden, nee, vier Stunden gepennt. War auch ein bisschen unruhig bei euch gewesen. Äh, wieso? Die Nacht. Ach so, ja. Doch. Definitiv. Definitiv? Oh, mein Gott. Oh, wow. Okay, ist das schön. Ich bin echt solide. Echt solide ist gut. Quali direkt 52.1. Ja. 37.3. Also ist echt warm. Oh ja. Ich bin auch gut. Also ich bin gar keine Quali-Runs gefahren. Aber er ist ja auch auf Pole gerade auf Provisional. Ja. Ja. Ja gut. Gucken wie die zweite Runde jetzt ist. Short Run ist eh super unwichtig. Deswegen nur Long Run ist es gut. Er ist nur schön, wenn man sich äh, raushalten kann am Anfang. Fährt er jetzt dann noch? Ne, er hat nur noch diese, ne? Das ist ein letzter, ja. Ne, ne. Er hat noch. Ne, er hat noch mehr. Aber die anderen sollen wohl slower sein. Die anderen Runden. Die vierte wird dann noch, äh, gültig sein. Weil wenn er jetzt die Runde zu Ende fährt, also er könnte jetzt abbrechen, dann könnte er zwei Runden noch fahren. Aber dann wird die Runde schneller, weil er nicht, äh, abbricht. Oh, das war ein Cut, oder? Oh, ne. Oh, was kommt jetzt? Das sieht gut aus. Also wenn er nicht zu Ende fährt. 51.6 hat eine andere. 51.7, 14.000. Ah, gibt's ja nicht, Alter. Es geht los. Oh, der Platz ist okay. Sauber. Richtig sauber. Ich find's ehrlich gesagt auf der Outside ziemlich, äh, nice zu starten. Aber René hat noch einen weiteren, äh, Run. Ja. Ja. Das fängt der andere aber dann auf. Ja, aber René ist besser. Das andere Race eben soll wohl tatsächlich, äh, Kühler am Anfang gewesen sein. Wir können jetzt ja theoretisch auch schon in diesem Rhein, oder? Äh, ja. Macht mal ruhig. Ja. Okay, ich nehm mich jetzt auf. Ähm, Dave weiß noch gestern Abend Merlin, der Schwitzer. Ja. Der ist eine 49.1 gefahren. Wie bitte? Ja. Autsch. So, René geht gleich in den nächsten Run. Also ich muss echt gestehen, jetzt bin ich nervös einfach nur, weil ich ihn zu sehe. Also, dieses Team ist typisch, man will jetzt einfach, dass jetzt Leistung kommt von jedem. Oh Mann, ey. Es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Gleich mal setzt sich rein, man fährt ja drei Kurven und die Nervosität ist weg. Ja, man kennt das ja. Ja, ja, das sowieso. Ist auch wie wenn ich im Fußballspiel schaue, so von Deutschland oder so. Oh ja, davor ist das so schlimm. Wahrscheinlich startet René jetzt mehrfach und fährt die erste Chicane, um ein bisschen noch mal weiter das Gefühl drin zu behalten. Und fährt dann am Ende die Runde noch. Hm. Ja, mal schauen. Äh, ja, hier wird gefragt, wie der Fahrerwechsel vonstatten geht. Ju, möchtest du was sagen? Also Stingray. Oder ist er schon gemutet? Sind die Temps in allen Splits gleich, ja, oder Dave? Ist alles gleich. Alles gleich, ne? Die ganzen Sessions sind identisch. Äh, der Fahrerwechsel funktioniert ganz einfach. Du kommst in die Box rein, danach springst du raus oder du wirst von einem anderen Teammate, der gerade auch in der Sim ist, rausgeschmissen. Hast du oben anstatt Join Grid, hast du einfach die Möglichkeit Remove Driver. Dann ist er raus, das Fahrzeug ist leer. Dann kannst du wieder auf denselben Knopf nochmal draufdrücken, dann bist du wieder drin. Genau. Das ist eigentlich richtig easy, sagen wir es so. Komm schon, ey. Aber das ist mega gut, mega gute Startposition. Ja. Und es wird eng, also man sieht ja hier, es sind schon schnelle Leute dabei. Absolut, absolut. Welches Blitz in mir, weiß man das schon? Äh, kann ich gleich mal nachgucken, lass mich kurz in die Sim reingehen. Übrigens, das kannst du ganz einfach machen, du gehst bis in die Sim rein, du hast ja dann auch noch den Browser. Das findest du offen mit Join Session und Continue, du hast ja aber Continue und gehst ab da auch Session Results. Ah, ja, ja, stimmt. Darüber kannst du dann nachgucken, welchem Skeletor du hast. Das muss ich dir mal vorstellen, wir müssen für das Rennen 2600 Liter nachteilen gehen. Ja, und das muss dann noch erstmal vor. Wie viel Sprit da weggeht, ey. So, in wie viel Fußballfelder sind das dann? Drei. Kannst du mir jetzt den Badewanen mit einem ausrechnen? Ähm, ich kann dann aus was. Was? Ah, hier hat er Zeit verloren, leider. Was sagt die Greta dazu? So, da. Stingray übersteuert etwas. Hast du echt nur ein Halbzinklitz vorne? Was ist denn hier los? Ich hätte das Stingray übersteuert, wenn nicht ich. Ich hab das Gefühl, ich übersteuere manchmal, glaube ich. So, ich hab ein bisschen runtergeheated. Ich glaube, jetzt passt es. Ich sehe ein grünes Lämpchen von meinem Interface, sollte gut sein jetzt. Stingray ist eher zu leise. Okay. Na, okay. Ähm. Danke dafür. Ja, aber ich glaube, von uns ist definitiv Calvin der Schnellste. Ich weiß nicht, wie nah René an Calvin dran ist. Boah, ich denk ganz gut dran, aber okay, wenn du es halt einfach auf so das Simracing gießt. Ist das die Crew, wo Corny mitfährt? Ne, ich glaube, ja. Ansonsten Speedmonkeys, da fährt auch einer aus meiner Community mit. Der Daniel Alves, der auch Pro-Draft ist. Ach, der, der mich immer hier trollt im Chat bei dir. Bei mir kam gerade die Frage auf, ob die Slowdown auf die schnellste Runde vom Auto gerechnet wird oder vom aktuellen Fahrer. Also je nachdem, was er ausgewählt hat, man kann All-Time-Best, dann ist es auch das Auto. Das meine ich nicht, sondern wenn du eine Slowdown hast, also irgendwo cut ist, dann wird die ja runtergerechnet und das wird immer nach deiner aktuellen schnellste Runde. Ah, ja. Aber es oder so fährt. Ja. Ob die dann von dem Einzelfahrer genommen wird oder von dem Gesamtauto. So, keine Ahnung. Nice, den haben wir raus. Ja, der weiß sowas immer. Vielleicht auch einer 51.5 gefahren. War aber vorher. Ah, nee, Apex. Sie haben erwähnt, Team Vollsuff ist auch am Start auf Platz 7. What? Ja, wir haben Team Vollsuff in unserem Split. Jungs, ich wechsle mal Team. Oh, no, Off-Track. Okay, Runde ist rum. Schade. Wo? Er war Off-Track auf dem Astro-Turf. Vor Indy? Okay, gut. Achso, ja, da, ich sehe es ja unten. Oh Gott, ja. Das ist aber echt kein Off-Track, ne? Das ist total absurd. Ja, eigentlich nicht. Damit man da nicht so einen guten Run durchnimmt. Ah, das ist total... Schade. Egal, trotzdem. Also, wenn die Runde passt, dann kann sich noch ein bisschen einfahren. Ja. Ist gut. Regelt das schon. Er sollt... Er sollt in die Box gehen, sich Benzin holen. Dann kann man ein bisschen Rennsend fahren. Am Link, Wallyset? Nee. Nein. Okay. Er braucht das schon. Also, da würde es noch besser, dass er nicht mal Wallyset benutzt. Er hätte, glaube ich, das Pro-Set nehmen können, das Q. Aber alles gleich schon mal kurz in welchem... Nein, das ist kein Off. Split, wir sind... Komplad. Ähm, wir sind im vierten Split von 10. Wie viele Splits gab es vorhin? 29. Ja, aber... Moin. Also, wann... Guck mal, das ist auch echt kein Off-Track. ...die wir uns nicht hingekriegt haben. Das ist irgendwie... Weird. Warum fährt nicht Kelvin die Kalle? Da kommt ein bisschen da jetzt raus, ne? Weil Kelvin noch am Feiern ist wahrscheinlich. Der Meister! Weil Kelvin hat Geburtstag heute, Leute. Der ist noch im Kater. Ich glaube, wir müssen nachher noch zusammen singen, ne? Auf jeden Fall. Heute, Markus, Reg. Hallo! Aloha! Sauber. GG-Reg. Das war kein Off-Track. Absolut unzufrieden an dieser Stelle. Ja, sorry. Die letzte Runde wäre vielleicht nochmal ein Zehntel, anderthalb gegangen, aber da bin ich auf dem Teppich und, naja. Sagen wir mal so, es Rennen ist lang. Und das war solide. Richtig Top-Leistung, René. Aber wenn du auf dem Teppich bist, dann bist du ja immerhin auf dem Boden geblieben. Ist ja auch gut. Der Dame. Muss das 24 Stunden lang... Ich bin mal gespannt, ob Team Volze noch mal zuschlägt. Team Volze, oh Maria. Ah, hinten links muss man die rote Linie nehmen, schreibt gerade jemand. Äh, aber... Nee, GP2. Ah, okay. Okay, verstehe. Alles klar. Die darf man nicht berühren in dem Fall. Wusstet ihr das? Was? Durch Linie. Äh, dass man, ja, vorhin die auf diesen Teppich fahren darf, aber nicht weiter als die rote Linie sozusagen, die imaginär durchgezogen ist. Dann wäre es geiler, wenn sie einfach den Astro perfekt machen, damit man die rote Linie sieht. Richtig. Ja, gut. Krass. Also man darf ihn berühren. Ich fährt hier mit. In der Rotlinie aber nicht mit der Mitte des Autos berühren. Mal. Oder ich... Anyway, ich gehe mal kurz für kleine Katzentiger oder wie auch immer das heißt, ne? Ja, ihr könnt ja nochmal ein bisschen mein Chat unterhalten, dann bin ich gleich zurück. Das sieht auch irgendwie komisch aus, wenn man da drüber fährt. Ähm, hier wird das voll den Staub auf, wenn man da rüberkommt. Also das ist quasi falsch gemodelt. Das ist gar kein Astro perfekt an der Stelle mehr. Das ist Dreck. Keine Ahnung, aber es ist einfach mega weird. Ich finde die ganzen auch... Wie heißen die, ich glaube, Michelin-Kurven, oder? Diese letzte Sektion. Meinst du die Linkskurve der Porsche-Kurve? Äh, ja, nennt man die Porsche-Kurven die letzte Sektion? Ja. Ja. Okay, also ich meine nicht die Schikanen, ich meine halt das, was da vorkommt. Diese Highspeed, ähm, rechts, links, doppel, links, okay, Porsche-Kurven. Dann habe ich, okay, okay, okay. Also in denen finde ich irgendwie der Astro-Turf. Von der ersten rechts, wenn man da drauf ist, kann man auch das Auto ein bisschen... Naja, da wird es manchmal ein bisschen loose. Zumindest auch hinten links. Ich weiß nicht, ich meine. Nicht Safety pur. So. Ähm, wie viel Zeit haben wir da noch? Elapsed Time, 17, okay. Okay, also gleich geht's Rennen los. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. Ah, das sieht ja echt unfassbar competitive aus, der Split. Also wir haben halt innerhalb von einer halben Sekunde bereits sieben Piloten. Hm. Das ist heftig. Gut, gehen wir mal davon aus, das sind echt die schnellsten hier von denen. Oh Gott, Team voll sofort auch noch Startnummer 187 und dann von Tim Jaschel. Ja, Tim Jaschel ist auch dabei und er schreibt, ich ahne, ich fahre nicht freiwillig unter dem Namen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Autos sind allgemein im Split, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube an die 60 oder 50. Nur ungefähr. Oh Gott, oh Gott. 46, 47, 48, 49, 50, ja. 50. 54. Sieben. 57. 54. Sorry, okay, okay, hör so. Ich hab's nie gesagt, jawohl. Je nachdem, ob man am Ende plus 1,5 oder minus 1,5 wird. Königstiger meinte ich. Nicht Katzentiger. Ich meinte Königstiger, nicht Katzentiger. Ja, woher im bester Team name haben wir T4C? Ach, Prisa, die auch viel Erfolg. Ja, wir haben auch LMPs, wir haben LMP1 und LMP2. Lustigerweise haben wir mehr LMP1 als LMP2. Sicher? Warum fahre ich denn mit Baseline Setup? Was? Ja, nur getrolled. Da stand vorhin im... Spiele ich mit meinen Gefühlen hier, ja? Im Training stand, äh, Modified from, äh, Baseline, da war ich mir schon ein bisschen unsicher. Nee, nee. Ja, ja. Nein, 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 jetzt, jetzt, ich hab's geändert. Ich, ich bin im Training die erste Runde mit Baseline gefahren, einfach nur mal um zu probieren und so. Äh, jetzt... Ach, Leute, wir fahren doch Baseline. Ich bin mir bitte nicht den Fall, den wir damals auf Daytona hatten. Wir hatten das falsche Set drin. Das war dann... Tschüssikowski mit dem Sieg. Mhm. Please don't. Oh Gott, es gibt auch Teams wie JustBinIt. Oh nein. Hoffentlich binden die das nicht. Geil. Ich bin bestimmt eingegeben, die wirklich so einfach nur Cent sind. Ja, Full Cent Racing gibt's ja auch. E-Sports Team. Calvin, oder was? Hahaha. Bestes Lade wäre ja, if you don't bin it, we'll do it for you. Wir hätten auch einfach das Team irgendwie was nennen können mit, ähm... Was hat man immer in iRacing? Oh Gott, äh... Be careful on Lab 1 oder sowas. Keine Ahnung. Damit jeder immer den Namen sieht. Und jeder sich erinnert. Ach, du darfst noch fahren, René? Ach, nee, 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 nee. Nee, nee. Send it, turn one, Lab one. Ach so, das ist das Practice. Ich hab schon gedacht, wo kommt der LMP plötzlich her? Was? Guck dir grad das Replay an. Vor Renés plötzlich in LMP. Okay, ich dachte so, oh, cool, Windscharpen. Also echt keinen Dang einlegen, René. Weiß ich nicht, ich kann mal probieren. Also ich bin echt... Ich bin echt überrascht, dass es nur zwei, äh, GTEs gibt. Äh, zwei, ja, zwei. Die keine Zeit setzen wollen, die echt nur von hinten stecken wollen. Soll der mal probieren? Ja, ich würde ein bisschen aufwärmen, oder? Grad, dass du ein bisschen Grip hast, was es angeht. Mein Reifentemperaturen sollten ungefähr gleich sein. Ich denke, Streckentemperatur auch. Ja, du kannst immer noch... Du kannst die vor die Rente fahren sogar. Ja, aber du hast ja Benzin. Es ist ja alles gut. Kannst du ja trotzdem ein bisschen... Aber die Runde zählt nicht, oder was? Ähm, die Runde zählt nicht, aber du kannst trotzdem fahren. Damit du schon mal Race-Pay siehst. So, Delay. Ja, vielen Dank, Tim. Euch auch viel Erfolg. Oh man, das wird richtig geil, das Rennen. Und dann auf einmal Turn 1. Also nur zur Info, ne? Also ich werde den ersten Sinn versuchen, wirklich vorsichtig zu machen, ne? Wenn die Pace nicht da ist, ist mir eher zweitrangig. Ich gucke wirklich, dass wir irgendwie safe fahren, ne? Ja, ich sehe es nicht. Absolut. Definitiv. Es geht erstmal darum, dass wir ins Ziel kommen. Ja. Das ist Priorität Nummer 1. Und dann schauen wir mal, was noch dazu kommt. Der Sieg ist bestimmt drin, aber... Ja. Also der Erste hat 5,4k, ne? I-Rating, nur zur Info. Ja. Aber das ist nur einer, vielleicht sind die anderen Fahrer alles 2,0. Hinter uns 3,5, 2,9, der Rest passt. Aber müssen wir uns jetzt mal überlegen, der Calvin hätte sich auch qualifizieren können, dann wird es genauso aussehen, der mit seinen 5,5k. Ja. Aber es wäre den anderen gegenüber unfair, deswegen machen wir das nicht. Meinst du, Calvin wäre schneller, oder was? Als du, im Quali. Calvin wäre schneller als alle von uns. In R-Factor 2 war er im HPD schneller, also im LMP2 war er da schneller in R-Factor. Das ist auch eine komische Anzahl. Bei mir wird hier, ähm, René Stream mit 1080p und 40 Pixeln. Ähm, 48... Bildern? ...Pixeln. Ja, ja. Äh, Bildern. Ja, in die Sekunde. Ja, sorry, 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 ja. Ich zertal hier. Mach mal einen Ticken lauter. Ja. Waaah? René, sei nicht aufgeregt, es guckt lediglich 12.400 Leute geradezu. Quatschkopf. Warte mal, 12.000 was? Warte mal, wie viele haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Tatsächlich würde ich dem Dave gerade zutrauen. Hast du, wie viel hast du, Dave? 1.700. 1.700. Er läuft. Geil. Obwohl du nicht fährst. Jungs, es gibt so was, das nennt sich Twitch Prime, ihr könnt es gerne verwenden. Ja, genau. Um einen Streamer eurer Wahl zu unterstützen. Und vielleicht fährt er ja gerade ein iRacing 24 Stunden Rennen mit einem Tor-Tons-Design. Oh nein. Ich habe gehört, fünf Streams gleichzeitig laufen lassen, ist nicht so gut für einen eigenen... Pokimane? Hm? Pokimane? Oder wie heißt sie? Oh mein Gott, ja. Ja, es ist wirklich Pokimane. Irgendjemand hat das gestern mal gesagt. Irgendjemand ist sogar hier. Viele Grüße von Dindo. Fährt Dindo Kapello auch mit, oder was? Franko Scuri. Ja, auf jeden Fall grüßt zurück an Dindo. Also ich... Geil. Ja? Ich seid dann schon alle zu laut. Kombiniert haben wir, glaube ich, um die 1.000... Ne, 2.800... Krass. Oh, läuft. Nice. Nice Racing. Ey, Jungs, geht alle schön ins Multitwitch rein. Nee, nee. Ich will meine FPS behalten. Alle Ansichten. Ich habe einen schönen Command hier in iRacing. An alle Teams. Seht ihr den? Einmal mit Profis. Haha, sehr gut drinnen. Oh. Und... Ja. Schon fährt er von der Strecke. Ui. Und das war kein Off-Track. So langs Asphalt ist das iRacing größtenteils egal, ja. Fakke, nee, ob sein Headset während des Rennens eh nicht leer geht, weil das Bluetooth ist es nicht, dass er gar kein Sound mehr hat. Ich glaube, sein Headset ist bestimmt genug geladen, dass er ein paar Stunden fahren kann. Oh. Ich hoffe. Ich hoffe, dass du mich erinnerst. Oh. Ja, ich muss ja zwei Stunden fahren. Ja. Bin bei den anderen jetzt regelmuted. Vielleicht soll ich doch mal anstöpseln, ne? Und ich mache aber das Spiel ein Tickenlauter. Überleg dir mal einfach aus und nichts wäre da ohne Sound. Das geht gar nicht. Das wäre echt wild. Die können auch mit jemandem reden. Na, ich stopp hier mal lieber und stöpsel mich ein. Danke für den Hinweis, Jakob. Vielen, vielen Dank. Besser ist es. Julian etwas lauter machen. Alright. Ich gehe mal kurz aufs Gesicht. Hallo. Wir haben jetzt so als Livery einen kleinen Geburtstagskuchen. Den hat, glaube ich, war es der Nächsten, der es auch wieder gemacht hat? Ja. Es ist krass, der Typ. Er kann alles. Er kann Setup bauen. Er kann alles. Sogar oben die Antenne sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Kerze. Das stimmt. So, Jungs, ich gehe runter zum Fahrer. Wir haben noch 1 Minute 55. Spielerfolg. Danke, wer spotten möchte, kann einfach runterkommen später. So. Jo. Ja, ich hüpfe dann gleich zu René runter. Ja, ich bin... Grid, Grid ist schon, okay. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe jetzt richtig Bock auf den Start. Wait, das ist doch die sind die Porsche-Core. Vor der Porsche-Core. Okay. Ich gehe dann gleich runter. Okay, okay. Viel Erfolg, viel Erfolg. Jo, merci. Ei, ei, ei. Ich habe zwar gerade eben schon meine Bob-Anpassung auf der Schüssel gemacht, aber... Ja, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Subs, die hier rein rasseln. Und mehr ist die Leute. Alter, Falter, was ist denn heute los? Marc, vielen Dank, vielen Dank, Nico Bam, vielen Dank, Skev, vielen Dank, Tim, vielen Dank, Erik, gifteten Sub raus, vielen Dank, Kat, Kate, vielen Dank, Aggielegend, vielen Dank, Matthias, vielen Dank, Valle, was geht, mein Lieber? Im 11. So, jetzt kann ich dich hören, Moin. Moin. Moin, setup muss ich nicht nur mal anpassen, ne, wenn ich im, äh, im Collie das gleiche gefahren bin, wird's fürs Rennen das übernehmen, oder? Ähm, also das Renn-Setup müsstest du auswählen, nur. Ja, ich bin ja das Renn-Setup mit Collie gefahren. Ach so, auch mit Fuel? Nein, nein, hab natürlich 400 gemacht, jetzt hab ich Fuel wieder reingefüllt. Okay. Okay, ich hab ich 99 Liter. Alles perfekt. Okay. So, du kannst mir dann auch nach jeder Runde, so nach drei, vier Runden anfangen, die Dings durchzugeben, den Sprit durchzugeben, dann gleiche ich das mit Max's Liste ab. Mhm. Aber siehst du theoretisch auch? Ich weiß nicht, ob die Cups das macht. Ne, wenn du, wenn du, äh, könntest auch in meinen Stream gucken. Theoretisch. Ja, stimmt, stimmt. Ja gut, der Chat, der Chat kann's reinbosten. Aber ich könnte's natürlich auch durchgeben, wenn du fragst. Das ist gar kein Problem. Einigen wir uns auf den Chat, der macht das schon. Ja, die brauchen auch ne Aufgabe. So, oh Gott, Dave. Willst du nicht fahren? Das ist alles entspannt, das ist alles entspannt. 370 Runden. Uiuiui. Das wird ganz entspannt. Ja, natürlich. Soll ich mal Lichtschupe machen? Ja, um zu gucken, ob's funktioniert. Ne, lieber nicht. Schon komisch irgendwie, das Gefühl. Ja, ich glaub, das Warten ist unentspannt, aber du, jetzt geht's los. Echt? So, wenn jetzt auch mal kurz gemutet, solange ich da René nix beitragen kann. Tief durchatmen. Gibt ihr das dann immer durch, wenn jemand zum Beispiel zu einer Attacke ansetzt oder so? Ja. Wir sind auf jeden Fall ein Ferrari, zum Zingelt. Na, zwei Porsche vor uns. Ja, die sind auf der Geraden schnell, die Ferrari, aber in den Kurven dürften wir die dominieren. Vor allem in den Porsche-Kurven wirst du es wahrscheinlich merken. Vorsicht, von hinten sind, oder nee, falsche Alarm, sorry. Die sind vororts, die sahen aus wie LMPs. Das war ein richtiger Frühstart, ey. Das war ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Okay, sauber. Schön. Das ist schon mal sehr gut von René. Ja, sicher durchgekommen. Da hatte schon einer der Ferraris einen Slowdown. Ein Ferrari hat einen Slowdown. Nur noch einer hinter dir. Copy. Und den kann er jetzt auch, glaube ich, ziehen lassen. So, und jetzt haben wir eineinhalb Sekunden hinter uns nichts. Jetzt gehen wir in die Chase Cam. Ja, und Leute, ich muss mir natürlich jetzt auch anschauen, wo die Autos um René rundherum sind. Und deswegen mache ich das mit dem Spotten. Wobei, wenn wir jetzt so gerade unterwegs sind, ich mache mal das hier weg, das hier weg. Dann können wir tatsächlich auch in die TV-OKM gleich gehen. Oder Cockpit-Game. Da können wir gleich mal eine Umfrage starten, was ihr eher mögt. Und wenn hinter René nichts ist, dann können wir das ganz entspannt machen. Okay, ansonsten haben wir vor uns halt Leute. Einer mit 2,7K-Rating, einer mit 3,5 und einer mit 5K. Boah, die Jungs lassen ganz schön fliegen, ne? Würde ich sagen. Jo. Aber ganz vorne ist halt der mit 5K. Insofern, da kommen auch noch langsamere. LMP ist sehr langsam. Ja, der erste LMP, den es auch da schon erwischt hat. Natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir eventuell mit Doppelstins fahren. Das heißt, die Reifen erst zum zweiten Boxenstopf wechseln. Allerdings erscheint uns das als, ja, problematisch. Weil die Reifen doch sehr stark abbauen tatsächlich. Es ist aber sehr gut in der Position, in der René gerade ist, dass er da sich sehr schön zurücklehnen kann. Auch den, äh, Ferrari als Sog nimmt. Da kann man auch mal ganz kurz in eine Chasecam. Und ich glaube, jetzt werden wir sehen beim Delta auch, dass er ein bisschen näher kommt. Ja, und hinter uns Tim Jarschel, aus Assetto Corsa und Racestream schon bekannt. Äh, bei Racestream unter den, ja, ich glaube, Top 20, 30, weiß nicht, wie so Top-Listen genau ausschauen. Mindestens in den Top 50, würde ich mal behaupten. Und der muss sich da ein bisschen verteidigen. Boah, wie schnell er durch die Schikale fährt, Alter. Ist ja Wahnsinn. So, das sah schon schnell aus. Egal, kann bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja, ich sehe gerade, wir können vielleicht sogar 373 Kunden fahren. Das wäre cool. Ja, Captain Hendrik, wir haben das auch mit dem Reifenabtrieb abgecheckt. Also, bei Nacht werden wir wahrscheinlich doppelt stinken. Aber bis dahin werden wir schauen, wie das mit den Reifen genau ausschaut. So, Fuel, 90,9, danke. Ja, dann sollen wir noch einen Meter unter Ziel. Aber das kann ich jetzt schön aufholen. Sauber durch Treffer, Roush. Wie viele Runden noch? Oh Gott! Das gehst du gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Tempo für mich angemessen ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich schaue mal. Glaubst du, du bist schneller? Nee. Ich glaube, der geht mehr Risiko, als ich gehen will. Von den Bremspunkten her und so. Ja, du kannst ja die Chance für Lift & Post nutzen und ein bisschen ins Sprit, in die Spritkalkulation gehen. Das sieht gut aus. Ja, spätestens mit Überrundung sieht das natürlich ganz anders hier aus. Ja, und zum Startpunkt, und das ist in iRacing super wichtig, vielleicht für die Leute, die sonst nicht so viel iRacing verfolgen. Beim Start ist es so, dass wir jetzt 37 Grad Streckentemperatur hatten. Und das ist extrem heiß. Auf der Geraden ist der Ferrari schon ein Monster, ne? Wahnsinn. Das ist keine Chance. Ja. Da hinten schon drei Sekunden. Okay. Das ist super. Rangliste unten links mit dem Team-Namen. Im Mighty Cups, die wird, glaube ich, schwierig. Muss die Liste dann schon nehmen. Können wir immer wieder mal zuschalten dann. Ansonsten lasse ich das HOD, glaube ich, sonst auch mal hier rein. Ich glaube, das passt. Ja, Rine macht das super. Halbe Sekunde jetzt hinter dem Ferrari. Immer noch. Dreieinhalb nach hinten. Und hier sieht man das Vierzehntel. Sehr, sehr nah an die Mauer. Ja, das ist sehr entspannt. Das ist super. Ja, hier kann die Pace auf jeden Fall voll gerne mitgehen. Die Frage ist, äh, natürlich jetzt so ein bisschen was für eine Zeit fahren, die Jungs. Weil wir wissen ja jetzt grob auch, wo Vene zeitlich ist. Und natürlich ist auch wichtig, wie Sprit verbraucht Vene. Das könnt ihr mir gleich durchgeben. Das wird super. Die 53,7, das ist angemessen. Das ist vor allem bei den Temperaturen, die hatte ich vorhin angesetzt, sehr, sehr gut. Weil in iRacing ist es so, wenn es kühler wird, ist es deutlich besser. 6,8 Liter. Wir brauchen den Rechtssprit. Den Rechtssprit, 84, danke. Okay, dann spart er auf jeden Fall ein bisschen. 84,0. Davor waren wir bei 99, ne? Er hat 0,2 gespart. Du hast schon 0,2 Liter gespart. 0,8 brauchen wir noch für 14 Runden. Copy. Ja, ich bin ein Average 7,01. Die letzte war eine 6,8. Da ganz vorne wird jetzt auch ein bisschen gefaltet. Ist es nicht normal, dass wenn es kälter wird, der Grip besser wird? Ja, auch schon, weil die Reifen dann nicht so stark überhitzen. Es kommt halt drauf an. Also bei Minusgraden würde ich sagen, ist es dann wieder so ein bisschen entgegenwirkenstiger. Aber jetzt haben wir halt deutlich einen Überschuss. Also jetzt sieht es bei René sehr gut aus. Der Ferrari ist durchaus ein bisschen rutschig in schnellen Kurven. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der Ferrari dann ein bisschen stärker die Reifen beansprucht. Dass wir hier jetzt durchaus halt mit dem Porsche dann für den Long Run ein besseres Auto haben. Auch das war schön. Rehwald, Gurke und Willix, auch euch vielen, vielen Dank für die Subs. Merci, meine Lieben. Willix sogar schon vor elf Minuten. Sorry, dass ich es so spät bemerkt habe. Hast du gesehen, was mit Tim gemacht wurde? Ich verstehe mich super mit dem Tim, aber jetzt gerade ist es 100% Konzentration auf unser eigenes Rennen. Und ich kann mal langsam aber sicher schauen, wo die ersten LMPs sind. Da muss ich mal kurz rüberhoben. Hm? Ja, nein, die Soundkonzentration bei den LMPs ist so krass. Okay, die sind... Hier kommt die zweite Schikane jetzt, oder? Noch sind sie weit entfernt. Zweite Schikane jetzt, okay. Das ist noch fast eine halbe Runde. 370,1 wurden schon. Und TH3, S3, PIS, viel, viel Dank für den Open Sub. Bisher bin ich richtig stark. Ein bisschen leichter Audio-Bug, oder? Dass ich das so höre. Ja, mit Geduld kommt man ans Ziel. Das ist toll. René macht das super. Haben wir auch ein LMP-2 vor uns. 77,4, danke. Boah, das ist stark. Der hat einen halben Liter gespart, René. Wow. Das ist super. Also laut unserer Liste müsste er jetzt die 70,8 haben, ungefähr. Letzte Runde 6,69. Jo, sauber. Bist du noch 0,4 unter dem Ziel. So, und jetzt werde ich mich gleich entmuten und dann erstmal eine Weile lang nichts sagen. Vielen Dank, R-Shox, für die Donation. Braucht 5 Euro aus, übernimmt die Gebühren. Merci. Der Ferrari hatte, glaube ich, das sah nach dem Quersteher aus. Aber vielleicht hat er auch eine Slowdown. In dem Moment hatte ich das so ein bisschen aufgerattert. Aber jetzt entmute ich mich und reagiere mal hier weiter drauf. Eine Sache schaue ich aber gerade. Warte mal. Das ist das falsche Auto. Das war das Wichtige. Was fahren die für Zeiten? 54,5. Sehr gut, da sind wir schneller. Alright, mal gucken, wie geduldig der Ferrari ist. Der Ferrari bleibt dünken, sehr gut. Ja, also das ist auf jeden Fall ein bisschen ungemütlicher, glaube ich, als hinter dem Ferrari herzufahren. Das war sehr gut. Wäre es nicht sinnvoll, den Ferrari vorbeizulassen? Nö. Wir müssen nicht aktiv langsamer werden, um Sprit zu sparen. Ziel Nummer 1 wird René vermutlich eher erreichen, um 14 Runden zu fahren. Das kriegt er auch mit Lift und Coast hin. 55,8. Okay. Das ist das wichtigste Ziel erstmal. Und vielleicht sind wir schneller als der Ferrari. Warum sollten wir ihn vorbeilassen? 70,4 fuel, danke. Fuel Target Fuel Target unter 0,3 und du ziehst ihn in den Kurven davon. Copy. Ich muss mal gucken, ob ich im Laufe des Stims noch ein bisschen sparen kann, wenn die LMPs kommen. Sobald sie auf dem nächsten Gerade fahren, guck mal ganz kurz, wo der LMP 1 ist, der Führende. Gut, hier passiert gerade eh nichts mehr. Also ich würde seinen Windschatten brauchen, aber er will glaube ich nicht vorbei. Ja, er ist sehr geduldig. Die LMPs sind gerade über Startziel gefahren. Bei der Ferrari super geduldig. Das ist natürlich taktisch einerseits sehr klug, andererseits kann man auf jeden Fall auch sagen, dass es taktisch in zweierlei Maß ist. Zum einen Spritsparen, zum anderen natürlich Sicherlichkeit. Ja, die vorderen beiden sind zu schnell, die kriege ich nicht. Ja, der eine hat halt 5k und der andere hängt sich wahrscheinlich dran. Wenn du den Windschatten wärst, würdest du auch mitziehen. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde René das machen. Der Ferrari könnte gerne mal vorbeifahren. Aber er will auch nicht. Ja, der ist geduldig. Bis jetzt ist er sehr geduldig. Jetzt ist er aber glaube ich ein bisschen näher dran als vorhin. Gucken wir mal. Geben wir mal in die Inside. Ne, er geht vom Gas. Ja. Er saft auch. Vielen Dank Endbreaker für die 5 Euro und die Übernahme der Gebühren. Miles B Games Office 4. Wir sind beide im Eco-Modus hier. Und auch Tommi Vayo und Nebio Mini. Jo, aber du kommst ja eh auf die 14 Runden hinaus und das ist glaube ich das Wichtigste erstmal. Das Wichtigste ist erstmal keinen Scheiß zu bauen. Machst das super. Ja. Und Olli auch dir. Vielen Dank für den Sub. Ach Gott und Tim Jarsch jetzt schon an der Box. Ja. Gut, da wurde wohl, da war es wohl ein bisschen härter was mit ihm gemacht wurde, was vorhin im Chat geschrieben wurde. Oder vielleicht noch was Neues. Wir können vom Glück reden, dass unser Auto so gut heile bis jetzt durchgekommen ist. Um nichts zu jinxen. Immer bis jetzt dazu sagen. Und Skefkrawu. Vielen Dank für die 5 Gifted Subs. Merci mein Lieber. Ja. Für die ganzen Fs. Für Tim Jarsch. Oder? So. Sprit gleich nochmal durchgeben, Leute. Kann ich es auch auf Dings durchgeben. Achso. Ja. Okay. Ich habe F assoziiert mit jemand beendet das Rennen nicht. Okay. 0,2 Liter nur noch. Danke. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt kriegt er ihn aus dem Schatten raus. Das ist super. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Skefkrawu. Oh, Ferrari fast abgeflogen hinter mir. Boah. Schön heiß, Heider. Super. Das war's für ihn mit dem Eco-Modus. Also letzte Runde 7,04. Average 6,95. Das passt super. Ja. Du hast jetzt nur noch 0,3, die du sparen musst. Plus 0,2 Puffer insgesamt. Genie 100 Awareness. Zustimmung. LMPs sind jetzt in Tetra Rouge. Okay. Das wird jetzt spannend. Ja. Aber eigentlich mit 7 Litern sollten wir noch hinkommen, oder? Auf 14. Jaja. Also Maxis Liste gleicht sich immer weiter an, weil er das mit 7, noch was Litern rechnet. Okay. Ich glaube 7,07. Die LMPs sind gleich in der ersten Mulsanschikane. 5 Sekunden. Papi. Danke. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man braucht. Glück beim überrunden oder überrundet werden. In dem Fall haben wir ein bisschen Glück, weil der erste LMP uns auf jeden Fall auf einer Geraden erwischen wird. Ich sehe sie schon. Jawoll. Der zweite kommt wahrscheinlich nach der H-Nabel. Aber wir haben den Ferrari auch aus dem Windschattenfenster raus. Uiuiuiui. Ja, nicht der Quersteher hier. Da haben wir 3, 14 verloren. Ja, schöne Grüße an die Kollegen von Audi. Hehehe. 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 Der nächste ist auch ein bisschen weg. Jep. Ja, nach Anarch dürfte er uns bekommen. Das heißt, wir haben in diesem Run, bei diesem überrundet werden, tatsächlich ein bisschen Glück gehabt mit den LMPs, dass wir da jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, wenn sie einen Kurven oder so überholen. Und da sehen wir, das könnte mit den Porsche-Kurven eng werden. Aber ne, der wird uns vor den Porsche-Kurven erwischen. Der holt uns wahrscheinlich vor den Porsche-Kurven noch. Und ja, Hagi, vielen Dank auch dir für den Sub. Und ja, Hagi, vielen Dank auch dir für den Sub. Ja, auch vielen Dank, dass ihr so mitmacht, Leute. Wie man spürt und so. Und auch sonst. Zwei LMPs jetzt auf Start ziehen, das könnte eng werden. Mhm. Bleibt hinten. Jep. Sauber. Sprit fehlt noch. 0,2 plus der Puffer. Also du merkst auch, pro Runde ziehen wir 0,1 Grad ab. Jep. Boah. Da rutscht einem beim Spawn schon das Herz in die Hose. Der LMP wird nicht vor der ersten Schikane vorbeiziehen. So, zwei weitere sind auch noch auf dieser Geraden dran vermutlich. Mhm. Und vielleicht noch ein Erweiterer. Wahrscheinlich aber auch in der nächsten Schikane dann. Und jetzt noch einer, der vorbeikommt. Jep. Jep. Boah. Top. Da haben wir die ersten. Viele LMP sind in unserer Klasse. Geil. Jep. Jep. Sehr cool. Regelungen oder Begriffe. Sag gerne Bescheid, welche Regelungen oder Begriffe wir erklären sollen. Dann kann ich gerne ein bisschen was erklären. So, da kommt noch ein LMP1 gleich. Und der andere. Boah, das könnte knapp werden mit irgendwie. Ne, der wird da noch nicht vorbeikommen glaube ich. Ja. Ja. Nachanarsch. Das hat gut gepasst für uns. Stream Kevin. Ja, mit Sicherheit wird er auch seine Spins streamen. Zwei weitere LMPs bis zu den Porsche-Kurven. Okay. Ach, den Porsche-Kurven kann noch einer kommen. Das ist eine enge Kiste. Wann werde ich fahren? René fährt jetzt zwei Stints. Das heißt, zwei Stunden ungefähr. Und dann bin ich dran. Zwei Stints. Und abends fahre ich auch nochmal zwei Stints. Lift & Coast kann ich sofort machen. Da kommt ein LMP1. Der wird wahrscheinlich reindiven. auch hier wieder wunderschön antizipiert. Lift & Coast gemacht. Und Lift & Coast bedeutet, dass du vor dem eigentlichen Bremspunkt vom Gas gehst. Das Auto rollen lässt. Alles klar. Die sind in der letzten Schikane manchmal ein bisschen langsamer als in GTE. Mhm. Ja. Ich habe jetzt gut verloren auf den Ferrari hinter mir. 9,44. Danke. Die nächsten Zeiten können wir uns sofort anschauen. Fangen wir jetzt. Okay, nee, warte. Noch ein LMP. Okay, nee, der wird uns nicht bis Z-Rouge kriegen. Sehr schön. Noch ein weiterer LMP. Okay, Lift & Coast. Du gehst vor dem eigentlichen Bremspunkt vom Gas. Lässt das Auto rollen. Lässt das Auto rollen. Das ist ein langes Rennen. Nee. Dann bremst du nach dem eigentlichen Bremspunkt. Weil du bist ja langsamer. Weil du hast die letzten Meter kein Vollgas gegeben. Und dadurch, dass du früher vom Gas gehst, sparst du Sprit. Weil du das Auto ja ein bisschen rollen lässt. Und damit kannst du gut Sprit sparen. Sprit schaut nach Plan aus. Nur 0,1 plus Puffer. Ich glaube, das war jetzt der letzte LMP für den Moment. Und Don Mieke. Vielen, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Ja, da sind wir auch die Zeiten eingeblendet. 54, 8, 55, 4, 55, 8. Wie gesagt, die Strecke ist super warm gerade. Das heißt, es wird zum Abend und vor allem in der Nacht deutlich schneller werden auf der Strecke. Und deswegen sind die Zeiten bei René gerade ein bisschen höher, als es später wahrscheinlich sein werden. Ferrari ist näher. Street Racer. Vielen Dank für die 100 Bits. Wie weit sind die LMP2 noch weg? Schaue ich sofort. Das Gute ist, wir sehen das jetzt halt im Delta, dass die über 10 Sekunden schon mal weg sind. Das heißt, wir können für den Moment mal durchschnaufen, weil wir keine NMP2s direkt im Nacken sitzen haben. Kelvin, was geht mal lieber? Kelvin im Chat. Ja, ey, Leute. Einen dicken Geburtstags-Glückwunsch für Kelvin. Boah, ich würde eigentlich gerne zum Ständchen anstimmen, ey. Kelvin, alles Gute, Mann. Du musst dich bei Nyson bedanken. Nyson ist der geile Typ, der das gemacht hat. Und Jack, vielen Dank für die 100 Bits. Es läuft super. Bis jetzt ist alles top. Wird man Kelvin freie Fahrt geben? Joa. Ich glaube, 14 Runden trotzdem anzufallen wäre gut, aber ich glaube, Kelvin kriegt das alles hin. Alter, der Chat eskaliert auch gerade. Ja, ihr seid auch echt genial. Gang-Sound leiser. Echt? Ist der so laut? Sound passt. Sound ist gut. Alright. Kelvin extra für dich abgezählt. Warte, ich kann mal kurz in die andere Kamera gehen. Extra für dich abgezählt, Kelvin. 24 Kerzen. 24 Kerzen. Auf beiden Seiten 12. Ey. Ey, geil. Bei der einen Kerze sind das sogar so grüne Neonlichter. LEDs. 42,4. Danke. Auto wird brutal unruhig gerade. Und Pop, der Baum, danke für die 100 Bits. Einfach weiter so. Passt bis jetzt alles super. Und Sprit ist auf Level. Nur auf die 0,2. Okay. So, Dings. Hofer. Jupp. Sehr gut, Kelvin. Erstmal beim Nachmittagsschlaf. Hahahaha. Die Seite ist 1 plus. Ja, ey. Die, die anleisen. So, bis P5, ne. Ist es relativ dicht noch. Und dann haben wir einen relativ großen Gap auf den Ford. Oh Gott. Ich könnte vielleicht schneller fahren, aber ich will einfach gerade im Moment nicht noch mehr rausquetschen. Fahr deine Paces. Fahr deine Paces. Alles ist super. Der Ferrari ist auch geduldig. Der Ferrari dahinter holt halt auf. Aber gut. Ich gleich die Zeiten mal ab. 55,8. 55,3. Mal gucken, was die vorne fahren. Ja, minimal. Immer so ein paar Zehnte pro Runde. Ja, so ein bisschen was. Aber der hat auch davor schon verloren. Vielleicht machst du es mit frischen Reifen wieder wett. Ja, der will nicht, der Ferrari. Der will einfach nicht. Der geht immer vom Gap. Ja, der hat ein bisschen Gas hinter mir. Wann kommen die LMP2s? Das dauert noch. Danke WF für die 500 Bits und danke Jack für die 200 weiteren Bits. Merci. Die sind jetzt am Anfang der Geraden runter zu Indy. Das heißt, die sind noch ein bisschen weg. Hey. Moin Mirari. Sehr gut, Jan. Der Harry-Car-Spotter-Gag war raus da. Ey, aber Karl musste in meinen Schmunzeln. Das war genug. Endlich mal eine Scheitelbucke getroffen. Boah. Und Moin auf Clint. Nervös, Dave? Ich bin tatsächlich beim Spotten gerade nervöser als wenn ich selbst fahre wahrscheinlich. Oh, jetzt ist der Ferrari dran. So, der wird schneller wieder. Und 34, danke. Okay. Wir sind auf jeden Fall, wir gehen in Richtung drüber. Neville-Spotter. Die Harry-Potter-Anspielung ist ja herausragend. 55,0 und... Naja, doch, der kommt der Dreizehntel wieder näher. Okay. Cool, so, wir sind immerhin über dem Ziel. Und das war jetzt die schnellste Runde, die du seit Runde fünf gefahren bist. Also, die Tendenz ist wieder gut. Copy, copy. Der Ferrari geht aber auf volles Risiko, ja. Ja, das ist halt die Frage. Wie sicher fühlst du dich auf dem Auto, wie sich... Sicher fühlst du dich auf der Strecke, dann kannst du natürlich maximal pushen, ne? Der Lente-Rene-E-Spartkarine ist auch mal... Ja, aber der Ferrari dahinter kommt auch näher. Ich geb's ihm trotzdem mal gleich durch. Wenn du magst, kannst du auch ein bisschen sparen, wenn der Ferrari hinter dir eh ein bisschen spart. Ja, dann haben wir einen kürzeren Stopp, das könnte auch funktionieren. Mhm, ich guck mal. Und vielen Dank, Don Meek, der für die 100 Bits... Ich versuch schon, so viel wie möglich in den Kurven rollen zu lassen und so. Ich will auch nicht, dass der andere Ferrari zu dich drankommt, weißt, dann ist der auch noch in der Box ein Gegner. Jo, wobei der voll pusht, der wird, glaube ich, in der Box kein Gegner sein. Es könnte sogar sein, dass er 13 Runden nur fährt. Okay. Aber da geb ich dir das dann durch. Guter Punkt, ich schau mal nach dem Scheitel, ob der andere Ferrari coastet. Wie viel ruhiger der Ferrari ist! Ist doch unfassbar! Wie fühlt es sich an, als Jeff von einem DTM-Weltmeister? Es ist schon mal super, dass er nicht gesagt hat, dass jetzt Jeff sei leise. Nee, er mag nicht. Er mag nicht, er mag nicht verweifahren. Alles super. Ja, da vorne nur eine halbe Sekunde zwischen den ersten Zweien, da hat der Martin Stadtmann wieder die Lücke geschlossen. Und die LMP2 immer noch hinter uns, ne? Das ist krass. Und Lukas geht's jetzt zum VIP-Status und danke für den ganzen Support. Ich ziehe natürlich jetzt mal die Handschuhe aus. Ich hab ein bisschen Practice davor, deswegen. Dann geht ein Stint in Minuten, 55. Dann mit 14 Runden fahren, 55. Ansonsten ne Runde weniger. Momentan schlechtes Bild. Wie bitte? Das ist super. Okay, danke. Ich glaub, die Zeit von René wird auch gut jetzt. LMP2 noch 11 Sekunden weg. Die Zeit war super. Okay. Drei und sechzehntel gut gemacht. 28,5. Oh ja. New Target ist komplett erreicht. Du hast sechs Zehntel zum Ferrari hinter dir gut gemacht, drei zu dem dahinter. Und Sprit bist du jetzt auch inklusive Puffer voll drin. Du kannst voll pushen. Naja. Na, lieber nicht sonst. Das Ding gleich weg. Das ist vor ihm noch ein LMP. Ich fahr mein Ding hier zu Ende. Naja. 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 Ferrari macht sich schön gemütlich hinter mir. Ich merke das schon. In den Kurven fährt er schon langsam. Auf der Geraden zieht er sich ran und geht dann vom Gas und spart Benzin. Cleverer Mann. Naja. 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 7 Sekunden dahinter. Naja. Das war jetzt für uns ungünstig. Naja. Ja, die Frage, ich glaube, in unserem kleinen Office hier, das wäre richtig geil, wenn wir hier ein 24-Stunden-Rennen hätten, so ist es natürlich gemütlicher, aber das andere 24-Stunden-Rennen würde ich mehr feiern, aber vielleicht geht das ja irgendwann, der LMP1 kommt bald wieder, würde ich mich mal kurz melden. Der LMP1 kommt jetzt wieder, oder nee, doch nicht. Der hat sich gerade schön verbremst, hat fast den anderen Ferrari abgeräumt. Ja. Alter Schwede. Der LMP2 kommt. Mhm. Kommt er, oder kommt er nicht? Nee, kommt nicht. Nein, kommt nicht. Ja. Er bleibt in der Box. Puh, okay, neun Sekunden nach vorne. 55-4 trotz der Überrundung. Sind wir wieder im LMP2? Mhm. Der geht rein. Oh, Kollege. Und verbremst dich auch noch. Mann, 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 ey, was ein Clown, ey. Einmal mit Profis. Ja, hier, direkt. Aber du schickst es aber nur ans Team. Ja, ja, klar. Aber der Chat sieht es ja. Und Chris, danke für den Prime Stop. Vielen, vielen Dank. Also unser Twitch-Chat. Und der gibt mir gerade durch, dass wir sogar 0,1 über Ziele sind. Spritmäßig. Copy. Ja, alles, was René jetzt spart, und das ist halt immer interessant beim Sprit-Sparen. Klar, da kann man sagen, bei ILMS irgendwann, okay. Es lohnt sich nur darauf zu gehen, ganze Liter zu sparen. Hier kannst du jetzt aber natürlich, wenn du einen halben Liter sparst, trotzdem ein bisschen Zeit sparen bei der Box. Wenn ich mal mehr oder weniger relackele, als wenn ich jetzt, ich glaube, weniger. Ich kann mal Zeiten vergleichen. Ne, der... Der Damage? Ne. Doch! Neicen, bitte confirm. Hat er leichten... Der hat leichten Damage hier. So, die Runde nur noch zwei. Korrekt. Der Ferrari zwei hinter uns hat, glaube ich, einen Ticken Damage vorne am rechten Kotflügel. Okay. Direkt hinter uns der? Äh, zwei hinter uns. Zwei hinter uns, der blaue. Okay. Nächste, das könnte auch ein Replay-Bug sein. Okay. Wenn ich jetzt die Brems-Balance verstelle, ne? Kriegt ihr das auch mit? Oder müsstet ihr dann wieder eure Brems-Balance normal einstellen? So wie die Baseline war, sozusagen? Weißt du das? Sag ich die Brems-Balance? Ich wende mich dann Nicen mal. Ja, jo. Nicen. Der blaue Spezialist hat Vincent auch auf, äh, hat Tim auch auf der Geraden weggenommen. Okay. Ach, Vincent, du bist auch am Start. Moin, moin. Lampi zwei bleibt hinter dir. Mhm. Und hinter den Ferraris noch einer. Okay. Könnte bleiben. Bleibt hinter dir. Fox. Fox. Hey, das ist super. Vor allem, dass das so ein bisschen, dass die Boxen-Softs nicht mehr synchron sind. Das wird cool. Nach und nach. Boah, was fahren die für Zeiten da vorne. 53,7. Junger Vater. Gibt's das, junger Vater? 14,5, 14,6. Danke. Boah, wie so dicke über dem Dings. Das ist super. 14,6 ist sehr, sehr gut. Oh, und die Exits von René sind klar. Dreck, muss brutal rutschig sein. Boah, langsam, was auch immer. Track-Temp ist um einen Grad runter. Ferrari nicht mehr in Windschatten. Er ist über eine Sekunde weg. Gleich ist er wieder in Windschatten, weil er ungefähr 13 Schnellaubergeraden ist. Wir haben 55,5 fährt er. Ach, die 53,7. Uff. Guck, das ist auch der Typ, der mit 5K-Rating unterwegs ist. All right. Noch 0,2 einsparen, bitte. Und schon ist er wieder drin. Im nächsten Meldet noch 2 bis 3 Lipton Coast. Okay. Noch 0,2 einsparen. Er ist mein Ingenieur. Das werden wir sehen. Ich habe mir die Stints auf jeden Fall so gelegt, dass ich eigentlich für fast alle dann ab... sogar vor Mitternacht vielleicht schon, dass ich für alle dann Spotter spielen kann. Natürlich werde ich mir hier und da auch eine Pause genehmigen und mal kurz was essen oder so. Aber ansonsten bin ich dann, äh, ja, fast immer für die Leute da. Dann, wie ich gedacht, bis in den Mittag hinein, noch mal. Und morgen Mittag muss ich dann auch jemand anderen finden, der Spotter. Was, die 24 Stunden durch, hopps. Kein Windschatten ist er, aber der Ferrari dahinter verliert einen Ticken Zeit. Also Top 5 ist super dicht beisammen. Der andere Ferrari verliert dann gerade ein bisschen Zeit. Solange es hier eben ein bisschen ruhig ist. Ich gehe mal kurz in den TV-Camp. Haben wir auch mal ein, zwei andere Perspektiven dabei. Das ist, glaube ich, auch mal ganz schön. Wie verliert man noch mal in einer Runde? Was genau? Diese Stille, Gott sei Dank, ich glaube, das ist auch für die Ohren recht angenehm, oder? Wenn man mal ein bisschen Ruhe hat. Sprit. Ähm. Je nachdem. Ich glaube, vollpushen die meisten 7,2 Liter. Bei mir eher so 7 bis 7,1. Und wir haben als Ziel 7 Liter ungefähr. Und jetzt gucke ich mal, ob der Boy dahinter an der Box ist. Ja. Ist er. Der eine Ferrari ist in die Box. Copy. 6,89 letzte Runde. Super. Sprit passt Vollgas. 7,7. Okay. Danke. Das ist super. Das ist wirklich super. Noch keine Slowdown bisher. Sprit passt ganz Vollgas. Copy. So, 17 Sekunden bis zum LMP. Wenn René an die Box geht, äh, gut, vielleicht tauschen wir noch ein, zwei Worte. Ich hoffe, dass René so 2, 3 Sekunden vor oder im Hintergrund im Ferrari ist. Ich glaube, ich futter dann gleich mal was Kleines. Alright. LMP 14 Sekunden weg. Hm. Aber viele stoppen in Lab 13, siehst du. Hauptsächlich die Ferraris, auch ein Porsche. Wenn der hinter mir nicht im Windschatten gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch nicht 14 Runden fahren können. Ja, jetzt wissen wir, warum der so passiv ist. Machen wir Reifenwechsel? Würde ich schon sagen, ja. Ja, ich würde es auf jeden Fall mal checken und dann kannst du auf den Reifenzustand schauen. Aber ich würde auf jeden Fall Reifenwechsel machen. Dirk Müller, vielen Dank für den Prime Sub. Reifen 100% Wechselung, schreibt Nicen. E. 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 Ist für die Box alles eingerichtet. Sprit, Scheibe sauber machen, Reifen. Scheibe nicht. Sollen wir Scheibe auch machen? Boah, kostet keine Zeit, ist aber schöner. LMP 1 kommt von hinten. Perfekt für uns. Ich kann auch alles einstellen. Echt? Wo genau, Nicen? Jo, wir haben 99 Liter, Windshield und alle Reifen getickt. Ich habe gerade gehört, dass ich das anscheinend auch machen kann. Mit F3 die Blackbox-Öffnung. Krass. Danke. Und nach Anarch noch zwei LMPs. Mhm. Ja, ey, bis jetzt großen Respekt an René, der hier wirklich bravores durchfährt. Oh, lol. Mal alles gucken. Ich check mal die Reifen. Box, Box. Geiles Fahrzeugdesign, muss man Nicen sagen. Geiler Typ. Infamous Dani und Santos LP. oder Santos LP. Vielen, vielen Dank für die Subs. So, René in. Mhm. Reifenzustand kann auch ich checken. Mhm. Ja, man kann auch keine 15 Runden fahren. Das ist super. Ja, mal angenommen, man hätte jetzt einen Sinn, wo man wieder Ferrari... So, ich muss auf die Lette. Ist das meiner? Der gelbe? Leicht. Och, ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, Reifenzustand, was haben wir denn? 77% hast du. Ist okay eigentlich, oder? Nicen, was meinst du? Lieber wechseln, okay. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wir können ja mal gucken, wenn uns das nach hinten schmeißt. Der macht, der macht doppelt auf dem Reifen, der Ferrari. Na gut, die Porsche stehen aber alle länger. Vielleicht ist das der Vorteil vom Ferrari. Die waren so circa 10, die können vor mir, ne? Äh, der andere Ferrari, der blaue, der müsste auch die Reifen gewechselt haben. Oder der Reifenwechsel kostet nicht so viel. Das ist auf jeden Fall knapp vor dir noch. Der Ford hat auch keine Reifen gewechselt vor uns. Der Ford auch nicht. Naja, irgendwann müssen die Reifen wechseln. Dann fahren wir halt mit dem nächsten vielleicht doppelt. Jo. Oh, einer am Kies. NMP-2. Ford Ford ist überrundet. Ah, okay. Neißen, der Wert, wo es kritisch wird, war 40% meintest du, oder? Fuki, ich glaube, die wurde abgeräumt. 40% ist fast unfahrbar. Windschatten ist nicht so unser, Schauspiel ist nicht unser Spezialgebiet, muss ich sagen. Windschatten ist nicht so unser. Windschatten ist nicht so solid. Windschatten ist nicht so, Schauspiel ist nicht so zufrieden, das ist sehr Das war bestimmt der, der im Kiesblatt stand gerade, oder? Nicht möglich. Bleibt hinter dir. Ja, also laut NICEN ist 40 fast unfahrbar bei den Reifen. Wenn die auch nicht linier abbauen, dann sind wir zwar bei 77% noch ganz okay, aber da muss ich mal schauen. Im nächsten Stand können wir eventuell die Reifen rausnehmen, meint er. Dann musst du halt mit gebrauchten Reifen fahren, ne? Jo. Na, mal schauen. So, ich nehme jetzt die Olympic 2s nochmal hinter René mit. Da bin ich auch noch kurz... kurz ein wenig raus. Wir haben schon 6 Uhr, oh mein Gott. Welcher Platz nach dem Boxen-Stop müssen wir noch schauen? Ja, ich überlege auch, ob ich vielleicht mit frischen Reifen starten soll. Mein Reifenabrieb ist auch nicht zu 100% geklärt, ob der besser ist oder schlechter als der von René. Jimmy Paul. Reifen wechselt. Gucken wir gleich. Kommst du näher an den Jimmy Paul? Kaffee. Was sind wir? Das ist hier 6, ne? Ja, korrekt. So 5 Minuten 18 haben wir hier gehabt. 4,55. Das hat 23 Sekunden gekostet, der Reifenwechsel anscheinend. 92, danke. Jetzt schon 92? Okay, achso, ja gut. Dann sind wir... Doch, dann sind wir schon über dem Ziel, oder? Ein guter Plus weiter so machen. LMP 2. Mhm. Ja, die Gedanken mit den frischen Reifen, das sag ich einfach gleich nochmal. Ja, nee. Breite aber jetzt schon mal den Boxen-Stop vor, für das nächste Mal. Ah ja, ist alles drin. Super. Welcher Ferrari waren das vor uns? War das der erste, der jetzt führt? Tent Faktor? Oder ist das der Eleven auf P3, der hinter uns war? Der Tent Faktor. Tent Faktor war hinter uns? Äh, war direkt hinter uns, ja. Oh, die waren zwei Porsche. Ja. 52,2. Jetzt müssen wir mal schauen. Also haben wir quasi 25 Sekunden verloren. Ja. Okay. Die muss jetzt reinholen. Hoffen wir mal. Alles gut, alles gut. So, wir schauen gleich natürlich mal, was René für Zeiten fährt, was der andere für Zeiten fährt. Hast du das mit der Bremsbalance geklärt? Ob die sich resettet oder ob die da stehen bleibt, wo ich aufhöre? Äh, noch nicht. Okay. Aber verstellen sie ruhig. Ich bin dann nur den Ursprungswert nochmal durch. Ich weiß nicht, wo wir angefangen sind. Ich meine bei 57,6. Jetzt bin ich bei 57,0. Also ich bin zwei Klicks nach hinten gegangen. Für die Platz springen. Okay. Am reißen hast du mal den Schlafwert, bitte gerade? Aber Tendenz ist eher, dass wir Front-Lockups haben. Also nicht Rear-Lockups. Ui. Das ist aber knapp. Stell sie ruhig um, da ist ein Stück nach dem Ursprungswert. Okay. Du kannst die Balance aber nach hinten stellen, steigern. Gut. Gut, Timo. So, checken wir mal die Zeiten. 56,3. Das ist halt schon deutlich langsamer, ne? Das ist deutlich langsamer. Ja, junger Vater, hä? Hat er Fuel Safe gemacht, oder was? Alter Schwede. Kurze Nachricht. Der führende Ferrari hat 56,3 als Zeit. Der Ford hat wahrscheinlich auch alte Reifen. Das ist jetzt auch der ersten Runde direkt 1,2, trotz dieser Aktion schneller gewesen. Der hat Slowdown gehabt und sei vom Gas gegangen. Boah. Ich hab' man danach auch gesehen, dass der rübergezogen ist. Das war richtig mies. 85, denk ich, gell? Okay, copy. Sprit passt. Sprit passt. Sprit passt das lang. Da musst du echt aufpassen. Wenn du siehst, dass einer irgendwie weit von der Strecke ist, musst du damit rechnen, dass der einfach vom Gas geht. Aber das hast du super gemacht und du hast über eine Sekunde, wie gesagt, aufgeschlossen zum Ferrari, der in Führung liegt aktuell. Copy, copy. Ja, megagut. Ja, megagut. Und mich herum ist für den Moment nichts. Ich bin in fünf Minuten wieder da, um dir sowas zu fordern. Jupp, lass dir schmecken. Danke. Nehmen wir mal TV3. 57,6 war der Startwert, by the way. Genau. Ich bin auf 57,0. Okay. Danke. So, bis gleich, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. ne, Cross avion. Ich bin sofort wieder da. Ich kann es nicht verbauen, dass die effective guy vimos. Ich kann es nicht ofere Tiefe auf das und accelerieren können, dass dieses самое sehr gut ist. Da ist wie ein mentorschiere Kubicki, aber ceremonies darum sind mir immer noch mehr dringend. нравится. Ich kann es nicht eben darauf achten, bin moralsend. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ganz schön warm hier muss ich sagen es der mp2 von hinten könnte eng werden einmal mit profis da ist er wieder gleich kommt er wieder wahrscheinlich verbremst du dich dann wieder lmp 1 oh gott oh gott ganz entspannt er ist schon vorbei ich dachte gerade was war die du hast eben eineinhalb sekunden aufgeholt der führende fährt 57 1 ich glaube nicht dass der der Double Stint jetzt eine gute Idee war von ihm. 56,2 fährt er, was fahren wir? 55,1. da muss mehr kommen boah, glück gehabt mit dem Cut Frau Tetre Rouge könnten LMP2 kommen? Nein, traut er sich nicht. Und jetzt 5 Sekunden dahinter ein LMP1? Das Verrückte ist, die Runden fühlt sich nicht schlecht an, weil es eine 55,1 fühlt sich eigentlich gut an, aber es ist einfach nur eine 55,1. Es ist einfach langsam. Im Vergleich zu gestern, wo wir irgendwie 53, 52 oder 51 teilweise gefahren sind. 2 LMP1er. Kann auch sein, dass die Strecke ein bisschen weniger Grip hat oder so und dass erst mit der Zeit alles kommt. Ansonsten solltest du eigentlich jetzt eine Tendenz zu schneller werdenden Strecke spüren. Nach der Schikane auch noch 3 weitere LMP1s. Aber der Ferrari kann wahrscheinlich vorne jetzt keine 14 Runden mehr fahren. Wenn er alleine fährt jetzt. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Oh, LMP1. Was macht er? Er liftet. Und da kommt ein Zweiter. Mhm. Fuel passt. Oder... Limit. Ich bin immer noch im Average 6 Kilometer. 6,97. Juhl passt. Juhl passt. Juhl. Was fährt der? 53,6. Nein, das ist der Porsche. Ich wollte gerade sagen. Der Porsche hat ihn geholt jetzt. Ferrari 56,0. Sprit bist du über Target. Als kleine Notiz, beim ersten Mal musstest du mehr sparen, weil du mehr Weg bis zur Startzielinie hattest. Juhl. Der Porsche hat schon wieder einen Off-Track gehabt oder Slowdown, weil sonst hätte er eine Rundenzeit gehabt. Und da vor der Porsche fährt auch noch eine 57,4. Aber der erste Porsche ist halt gestört. 20 Sekunden vor uns. Wahnsinn. Aber P4 sehe ich schon, ne? Ja, 5,9 Sekunden, der ist vor mir. Du holst massiv auf. Ja. Habe ich eben schon gesehen, auch vergraden. Auch ein Ferrari. Ach, das ist der blaue, ne? Ja. Ja, eine Runde früher war es hier. Jawohl, ist der blaue. Leute, ich habe Marcel keine Euro gespendet. Also es muss wohl irgendein anderer sein, der sich Dave Gaming nennt. Danke für die Person, aber... Ja, und geht's halt an Marcel. Aber es war nicht ich. Enzu, vielen Dank dir. Ähm, super schade bei euch. Könnt ihr gar nicht mehr weiterfahren? Ist ärgerlich. Ja. Ja, ich habe jetzt línea. Ja. 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 In den Kurven sind wir stark, aber auf Ergraden sind wir vielleicht ein bisschen zu hoch vom Heckflug, dafür haben wir ein schönes Auto in den Kurven halt, ne? Bleib los dahinter, ja, bleib da und jetzt kommt der, ich glaube das gleicht sich aus, gerade und die Kurven. Na ja, der Verreise schnell, 55, 4 vorne. Und Denzu, danke dir für den Sub in den vierten Monat, merci mal lieber an der Stelle, auch vielen Dank an Zirkonit und 26 Peanor für die Subs. Er bleibt dahinter. Ja, ich glaube Double Stinten funktioniert gut, ich weiß nur nicht, ob ich meinen ersten Stint dann auch gebrauchten direkt fahren möchte, aber können wir mal schauen. Ja. Ja, die Tracktramp geht auf jeden Fall mittlerweile immer weiter runter, das ist natürlich super. Aber mal schauen. Machen wir die Statistik hier gerade weg. Die verordnen sich vielleicht rein. Und jetzt kurz noch mal zu Ende. Ja, der Ferrari vor mir fährt auch schneller. Obwohl er alte Reifen hat. Aber vielleicht kommt der, wenn man den großen Hammer, weißt du, dass von der eine auf die andere Runde, dass der komplett einbricht. Warten wir mal ab. Ich meine, ich kann auch ein bisschen mehr pushen, aber dann können wir uns halt off-Tracks und so einsammeln, ne? Ja, off-Tracks sind kein Problem, Slowdowns dann eher. Aber insgesamt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und dann können wir entscheiden. Da muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Für den nächsten Stints. Wie viele off-Tracks haben wir frei? 100, ne? Äh, jo, dann gibt's glaube ich eine Drive-Thru. Zwei LMPs hinter dir. LMP1, jo. LMP-Risiko in den Porsche-Kurven. Er bleibt da hinten drauf. Okay. 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 56.6 bei dem blau-gelben Ferrari, der hinter dir war direkt. 0,3 Puffer, der führende LMP ist 30 im Interview. Copy. Also LMP 2. Okay, was kriegt er mich noch? Nein, kriegt er mich nicht. Oder? Kriegt er mich noch? Nein, kriegt er mich nicht. Nein. So, wie viele Liter haben wir noch? 47, Hälfte rum. Jo, fast 0,3 Puffer. Weil die Frage im Chat gerade auch kam, ne kein Caterer, die Mama ist nur so lieb. Wir haben ohnehin Besuch und da habe ich ein paar Schnittchen abbekommen. Und Apfelkuchen. War super. LMP 1 Fall Indie. Mhm. Und viele Dank, Tyler Best für den Reset. Merci mein Lieber. Moin Moin. Ja, Mama ist die Beste. Gerade mit meiner Mutter habe ich halt eine super Beziehung. Verstehen ihr seid wirklich super. Nicen mal so gefragt, kann es eventuell theoretisch Sinn ergeben, zwölf Runden mit dem Sprit zu fahren, also zwölf Runden Sprit nachzutanken, aber davon… Du musst erstmal noch entfernt, aber das ist erstmal ein LMP 2 und dann zwei LMP 1. Mhm. Also dass man vielleicht zweimal zwölf Runden fährt, aber dafür dann Boxen… Nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Die Reifen… Das macht er, es gibt's doch nicht. Ey, so ein Otto… Die Reifen… Oh Leute, ey. Krieg ich Plug bei sowas, krieg ich echt Plug. Alles entspannt. Ein LMP hatte nur Slowdown, der andere kommt. Plug hinten. Da hinten bleiben… Aber so halb kommiten und dann doch nicht rein… Das ist vorbei… warum hat der vier minuten neun sekunden aufgeholt ne fünf sekunden zeit war trotzdem gut blau gelber ferrari bei vier minuten ja genau fünf sekunden aufgeholt der andere ferrari läuft gut wird weiterhin ein ganz guter puffer von 0,2 wird wir nun wieder trotzdem noch kosten schauen wir mal den führenden zu kurz jetzt bei 53,8 wie gesagt er fährt auch mit 5,4k rating das ist natürlich schon relativ viel relativ viel ist sehr sehr viel an der stelle muss man aber schlicht und ergreifend sagen der ferrari vor uns hat dann wahrscheinlich auch reifen genommen schätze ich mal ist natürlich die frage direkt vor uns auf p4 sonst wäre der irgendwo da vorne bei dem anderen sonst hätte der irgendwie zehn zwölf sekunden jetzt vorsprung für uns 1 minuten 2 was ich meine sein boxenstopp war 16 sekunden kürzer der von dem anderen ja 25 ungefähr das ist komisch ich schaue mal weiter auf die zeiten vom blau gelben vielleicht hat der jetzt ander führig ein bisschen und wir fahren noch 13 runden oder er hatte repair das könnte auch sein ich kann das stimmt ja ohne reifen und repair genommen ja das wäre jetzt natürlich krass wenn der ohne repair dann also mit jetzt ganz im auto dann solche zeiten reinknallt ja ein genre problem erfolgen ist das habe ich letztes mal versucht auf dem handy einfach streamen mit dem fernseher verbinden wenn es nur etwas neuer fernseher ist und wer mit wlan verbunden ist und dann gibt es da so einen kleinen quasi viergegen knopf mit so ein paar streifen nach links unten und dann kannst du das auf den fernseher übertragen ist mega geil und vorausgesetzt du hast da alles nötige an komponenten für lmp3 ne ja fernseher übertragen der ferrari hat schon wieder am platz verloren glaube ich ne der slowdown jetzt das sind nur noch neun sekunden zu dem ferrari der hat irgendwas gehabt das ist natürlich die frage die sich uns stellt danke moses für den sub ob das hier jetzt an den reifen liegt oder ob der einfach nur ein langsamer ist das ist jetzt erstmal frei das sieht gut aus das ist wieder gut im puffer gut 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 so weit ja gut gut ja mittlerweile hat sich das alles ja gezettelt gut das ist doch sehr zuversichtlich das was die nächste weitere runden angeht gut 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 Aber er hat immer noch den Schaden. Das könnte natürlich immer noch ein Replay-Bug sein. Ich weiß nicht, Vincent, bist du noch da? Falls ja, spottest du gerade den Split. Du hast jetzt direkt eine LB1 hinter dir und dann noch ein Ballchen dahinter im anderen. Hoffentlich nach an der Arsch. Sieht gut aus. Okay. Outgoody Force. Vielen, vielen Dank für den Re-Sub in den zweiten Monat. Merci. Ist das der Rederast? Ja, das ist der Rederast. Perfekt. Das hat super mit an der Arsch gepasst. Oh Gott, ich liebe es. Oh, es ist so gut. LMP hinter dir? Mhm. Ja, das ist so gut. Wir haben mittlerweile 33 Grad. Das ist super. Oh, wir sind da richtig gut dran. 7,2 Sekunden ungefähr noch. Jetzt holt René wahrscheinlich in der letzten Schikane nochmal. Na gut, jetzt sehen wir durch die Boxenstop-Autos nichts mehr. 54,4. 28,8,5. Jawohl, Sprit passt. 54,4. Sehr schön. Es wird kühler. Und er hatte wieder eine ungültige Runde. Boah, René ist schon im ersten Sektor wieder eine Sekunde näher gekommen. Oh mein Gott. Das ist super. Oh Gott. Wir haben zu dem Ferrari, der auf jeden Fall keine Reifen gewechselt hat, im ersten Sektor eine Sekunde Zeit aufgeholt. Sehr gut. Glaubst du, was glaubst du, was wir mit den Reifen machen sollten? Hinter dir ist ein LMP1. Ich würde für dich wechseln, dass du mal anfängst auf neun Reifen. Und dann, ja, gucken wir mal, was der Abend so bringt. Copy. Oder? Ja. Ich denke auch für dein Selbstvertrauen, um erstmal reinzukommen. Wohlfühlfaktoren, so ist ja auch ganz wichtig. Ja. Ja, denke ich auch. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du dich traust, wenn es ein bisschen kälter geworden ist, vielleicht, ob du den Reifensatz drauf lässt. Aber entscheiden wir dann in anderthalb Stunden. Jo. Max als Spotter, safe. Ja, Max auf jeden Fall. Movespider, danke für den Sub. BGP, vielen Dank für den Sub. Ja. Max, eh cooler Typ. Also jeder, der mich spottet, alles gut. Max hat halt auch Erfahrungen bei R-Factor und so mit sowas. Aber wir sind doch nicht rangekommen an den Juanma. Der ist auf der Geraden. Der ist auf der Geraden halt schnell, ne? Der ist auf der Geraden echt flott, der Ferrari. Spottest du danach für Marcel? Jo, kann ich machen. Kann ich gerne machen. Stimmt, bei Pit Exit hätte ich nochmal schauen müssen, ne? 5,9. Ja, das ist krass. Der ist auf der Geraden zwar ein bisschen schneller, der Ferrari, aber sonst holen wir halt mächtig auf. Und ich glaube, die Gefahr ist halt sehr hoch, dass man Probleme hat mit dem Reifen und dass du dann vielleicht irgendwo dir einen Terminal-Damage holst und dass du dann, ups, lauter Teller, dass du dann vielleicht ein bisschen weit zurückfällst. Estimated Labs 3,3, das ist super. Max ist Speedbooster. Da vorne ist er ja schon. Mhm. Alle beide. Korrekt. Der verliert brutal Zeit gerade. Ja. 54,5 wieder. Sehr konstant, sehr schnell. Er hat jetzt sogar mal nur 1,7 Sekunden, glaube ich, verloren oder 1,9. Aber die letzten drei Runden waren top. 21,8. Okay, Puffer sieht gut aus bei René mit dem Sprit. Sehr gut. Ah, der ist überrundet hier, ne? Bin entspannt. Korrekt. Sprit sieht gut aus. Copy. So, ich gehe mal ganz kurz in, ähm, nur für eine Sekunde, in einen anderen Screen. Moment, ich nehme die LMP mit, den LMP. Hm. Hätte aber nicht schlechter machen können. Danke. Ah, ne, ist ja für Teams, sieht er ja gar nicht. Wenn der B1 kommt. Mhm. So, jetzt mal für einen Moment. Ich, äh, stelle mal was bei Cups um. Okay. Da auch mal. Yeah. Okay. Okay. Genau. Okay. Let's go. Okay. 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 So, dann haben wir noch ein kleines weiteres Fenster. Und tschüss. LMP1 ist dran. Und in drei Sekunden noch ein LMP2. Ja, mal sehen, ob wir direkt mal Doubles zenten können. Und mit 33 Grad ist es sehr viel wahrscheinlicher als mit fast 40, die wir hatten beim Practice. Die Ferraris müssten jetzt bald kommen, ne? Theoretisch. Nächste Runde wahrscheinlich. Der hat einen Fehler gemacht. Der vorne hat auch ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, mittlerweile. Der müsste diese Runde kommen. Der hat wahrscheinlich auch einen höheren Spritverbrauch. Der hat davor wahrscheinlich eine Runde 27. LMP2 hinter dir. Bleibt, glaube ich, erstmal dahinter. Bleibt auch hier dahinter. Und, also ... Mhm. Jetzt ist immer wieder eine Zeit gefahren, 5.50 Uhr, meine Runde war schlecht wegen dem Verkehr. Dafür ist der andere 1,8 Sekunden langsamer als du. Der hatte, glaube ich, einen Fehler irgendwo drin. Genau. Braucht Max dann auch die Sprittern sagen? Naja, ich vielleicht, aber ihr könnt gerne auch bei Max hier im Chat aktiv sein. Gerne auch alle Streams rauschecken. Ähm, aber, ja, mal gucken. Ich werde auch ein bisschen drauf schauen. Da kann man aber das schon sagen, da mit dem Puffer, das ist eigentlich ganz gut. Also ihr könnt das gerne Max hier schreiben. Dann Max hier mir das durchgeben. Meine Vorderreifen sind bei 77%. Der Linke. Ich kann auch nicht, warum ich es sehe, aber ich sehe es hier drin. Ich glaube, das sind die Werte, die du beim Boxstopp hattest. Ah, okay. Das kann sein. Die bleiben dein Kollege am System bestehen. Bei Duki ist das Spiel abgestürzt. Genau. Grandios. Ja, bei Duki ist aber auch echt immer irgendwas, ne? Das ist echt schlimm, wie der Kollege vom Pech verfolgt wird. Warum seid ihr fünf, da halt vier Freunde sind. Sehr gut. So. Noch eine Runde danach und dann kommen wir rein. Die Ferraris werden jetzt kommen. Sprit sie zu raus. Kannst voll pushen. Zirno. Zirno! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Einer kommt rein, der andere fährt weiter Oder ist er das gar nicht? Der blau Ferrari mit Schaden ist drin Aber wer ist das vor mir? Der hat definitiv keine Reifen mitgenommen, das ist der Okay So, Auto fährt sich eigentlich gut, Dave Die letzten zwei Runden wird man ein bisschen auf Interachse unruhig Aber eigentlich solide zu fahren Bist du bereit? Copy, ja bin ich Sehr gut Wie komme ich denn aus dem Auto raus? Einfach Escape drücken sozusagen, ne? Ja, oder ich kann auch, glaube ich, dich removen Das geht Ich kann schon mal den Chat ausblenden Und mache mal ein Fenster hier zu, damit es dir nicht zu kalt wird Auf P2 haben wir gar nicht so viel verloren jetzt in dem Stint Nur auf P1 hat er wieder 10 Sekunden verloren Auf P2 ist, glaube ich, stabil geblieben Mit 12 Sekunden Auf der anderen Porsche Auf der anderen Porsche Ferrari im Kies Danke für die Sufts, ich bin gleich fertig Ich komme in die Box und dann Schauen wir mal drüber Zwei Sekunden hinter dem LMP Ja Was machst du, was machst du, was machst du Hier geht rein Ja Und nachher noch einer Also wie du siehst Die Strategie mit dem Ferrari Hat ihn nicht wirklich viel gebracht Außer dass er jetzt vor uns ist Aber ich glaube, safer ist es mit dem Reifenwechsel Und ich glaube, der war von der Pace schneller als ich Also Haben wir die richtige Entscheidung getroffen, glaube ich Jo Jo Boxt, boxt Jawohl, boxt Das lab Ist direkt auch noch dran Jo Was So Dave, dann viel Erfolg, ne Boxen Stop Settings passen, danke dir Jo Good job soweit Boah, hab ich mich erschreckt Sehr sehr gut gemacht Danke Danke Das hat er echt gut gemacht Ja Zauber Viel Glück Dave Viel Erfolg Danke Du schaukelst das Bierchen Wer spottet bei Dave Ähm, mach ich Danke dir Ich hau ab Viel Glück Jo Eine Sache noch ganz schnell Dave, gib einen schönen Köftespieß auf den Nacken, wenn du das nach Hause fährst Kuss Ciao Jetzt hab ich Druck Von mir gibts drei ran Geil So, stimmt, Reifenwechsel erst, okay Ah, Mann Das sieht gut aus 79 Als tiefste Stelle Also gut, Dave fährst jetzt noch die Singles Oh, dann hat Marcel Durch auf die TPL gehen Soll ich auch Single fahren? Äh, du fährst jetzt erstmal, also fühlst dich mit Single wohler, oder? Ja Das erste Dann fahr den ersten Stim mit Singles Guck, dass du jetzt die Erfahrung reinkriegst auf den Rennserver Ähm Ich hab vorhin mit Marcel geredet, der will dann die Doppel, äh, den Doppelstim fahren Dann, ja, dem kannst du hier immer noch entscheiden Ich glaub mittlerweile nur, äh, äh, ist es möglich, Doppelstim zu fahren Okay Dann fahr ich Single Erstmal Ja Ich muss ja noch Anfang am Rennen Lieber sicher gehen Wenn du irgendwas, wie gesagt, wissen willst, äh, sag's einfach so lang Bin ich lieber erstmal ruhig und lass dich fahren Jump Bin ich Ja, 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 ja Untertitelung. BR 2018 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 Bleib hier lieber dahinter. Achtung, LMP links. Das ist jetzt wieder clear. Ja, den Ferrari vorne muss ich schnell kriegen. Da ist es ja langsam. Wenn du es kannst, geh vorbei. Scheint langsam zu sein. Ansonsten, nehme ich dir lieber für die zweite Schikane, äh, für die zweite Straight, wenn du es da eher packst. Jo. Aber vielleicht warte ich sogar bis in die... Oder in die... Entweder der zweite oder in die, je nachdem, was dir besser passt. vom Exit Speed. Ja, also vielleicht die Chance auch wegzuziehen. Jo. Ja, der kann dann halt auch nicht kontern. Ja, deshalb. Ja, der kann dann auch nicht kontern. 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 Halt rein, jetzt rück. Hat einen schlechten Exit. Sollte dich nicht holen können, glaube ich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da komme ich auch noch hin. Ah, immer mit der Ruhe. Sobald du deinen Rhythmus hast, wirst du merken, kommen die Zeiten von alleine. Sobald du deinen Rhythmus hast, sobald du deinen Rhythmus hast, sobald du den Rhythmus hast, haben Wieso? Irgendwas? Reifendaten von René sind glaube ich da noch drin Du hast immer vom Fahrer vor dir noch die Daten drin wenn du ein Teil Info bist Ja, danke Er hatte 2% weniger Verbrauch Das ist immer noch neun Zehntel Äh, nur noch ein Liter drüber sieht alles super aus Das ist immer noch neun 55-6 als erste Runde ist schon mal okay. Da vorne ist auch ein anderer drin im Team R. Du bist im Runde genommen fast schnellster aus dem ganzen Feld. Ja, nur der Norm, ja. War schneller gewesen, gut. Aber du holst auf jeden Fall gut auf auf Platz 1 und 2. Tausend 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiterhin 1 Liter drüber Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, du bist ein LMP auf Platz 12, wenn du dich wie Leon verhältst Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hat René hier 54er rausgewollert. Ja, macht hier keinen Stress. Ja, nee, mache ich auch nicht. LMP ist noch weit genug. Rausdrehen Stress. Ja, nee, nee, nee. So, nimm den Schnitzer gehabt. Er wird dich dann vielleicht... Ah, ich guck mal drauf. Jo. Könnte reinstechen. Nee, bleib zurück, bleib zurück. Kannst auch bleiben. Thanks. Geht links vorbei. Momentan zwei überrundeten, die du vorne hast. Sind immer noch ein 7,7 Sekunden vorne. Hast also noch ein bisschen... Danke. Danke. Okay, vor mir. Oh, die Achtung, 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 Halt, 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 Links, Links, Links. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, ihr Leben. Zauber, gut gemacht. Das war in dem Moment mit der Kamera auf dem LMP. Das war in dem Moment mit der Kamera auf dem LMP. Gar nicht schön. Und eine neue Hose. Und eine neue Hose. LMP ist im Abflug. Läuft nicht. Nee, das ist zu weit. LMP ist im Abflug. Untertitelung. BR 2018 Hey, guck mal, dein Bruder zwei Positionen hinter mir oder zwei Relatives hinter mir. Hey, guck mal, dein Bruder zwei Positionen hinter mir, dein Bruder zwei Positionen hinter mir, dein Bruder zwei Positionen hinter mir. Oh, da vorne ist langsam. Okay, der ist weg. Oh, mir wird gefaltet oder so. Sprück sparen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Untertitelung. BR 2018 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 Wollte ihn beleidigen, aber das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ist Dönersalat. Das wäre viel zu nett gewesen. Zweieinhalb Sekunden liegen lassen durch die Jungs. Ja, das ist gut. Bei Renes Stint waren schnellere Leute dabei. Das ist ja meist so, dass die schnellsten starten. Oh Gott, viel zu früh gekommen ist. Untertitelung. BR 2018 Habt ihr LMPs auf dem Schirm? Jo. Einmal LMP2, einmal LMP1. Einer ist neben dir. Clear. Dann wird sie easy vorbeiziehen. Jo. 4-1, 2-3 sind anscheinend in der Box. Bei uns? Nein, warte. Nein, nein, nein. Ich brauche LMP, falsches Standing. Mein Fehler. Ich bin echt schlimm. Der Führende der LMP1-Klasse, der hat sich auch bald, aber der sollte dich für Porsche Kurven erreichen. Danke. Ja, der Rest der Runde war super. Auf dem Rest nur ungefähr drei Zehntel verloren. Zwei. Auf einem wäre das der 55er gewesen, da bin ich zufrieden mit der Runde. Der LMP1 ist langsam. Er hat den Verkehr durch den anderen. Wie gesagt, der Führende, der benutzt. Ihr habt ungefähr fünf Sekunden für die Runde. Arbeit weg. Das würde ich jetzt auch kriegen. Bleib recht. Clear. Sprittechnisch bist du jetzt, äh, anderthalb Liter drüber. Nice. WIK 6oraal. LMP1, 5oraal. in die Runde. Wir sind heute in der Runde. Wir sind alle in der Runde. In der Runde. Sie sind heute in der Runde. Sie sind heute in der Runde. Ich habe gerade doch gelernt, dass der Spotter-Modus noch weniger Delay hat. Ich dachte, der wäre eigentlich gleich. Achso, ja, nee, der ist noch besser. Ja, aber jetzt müsste ich direkt da drin sein. Nein, Fehler. Ist gut. Ja, das ist noch besser. 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 Schikane. Links. Clear. Weiter im Boden gut auf den Mann hinter dir. Drei Sekunden aufgeholt. Die Formen sind schneller, aber der Führende verliert. Drei Sekunden aufgeholt. Drei Sekunden aufgeholt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die 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 ZDF, 2020 Und jetzt mit dem Die ZDF, 2020 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 Die ZDF, 2020